Das etwas abgelegene Lagerhaus in der Nähe des Conley Terminals sah aus, als wäre es ein Relikt von vor 20 Jahren. Der baufällige Ziegelbau mit den rostüberzogenen Stahlbetonträgern hätte zwischen den benachbarten Gebäuden verlassen gewirkt, wären da nicht die Sicherheitsleute gewesen, die neben der Haupteingangstür standen. Rafe und der Rest der Bande hockten ein paar Blocks weiter in einem unscheinbaren Lieferwagen, den Ocho über einen seiner fragwürdigen Kompane besorgt hatte. Fish und Axel trugen gestohlene Uniformen der Hafenaufsicht und die ganze Gang, auch Rafe, war mit halbautomatischen Pistolen bewaffnet. Cruise hob ein schweres Fernglas an die Augen und richtete es auf das Lagerhaus. Die Mitternachtsschicht tritt gerade um Dienst an. Ihr wisst alle, was zu tun ist. Sobald die anderen Wachtposten weg sind, gehen wir rein. Sie waren den Plan vorhin noch einmal in Ochos Werkstatt durchgegangen. Laut Cruise hatte LaSalle ihm versichert, dass es sich bei der Sache um einen leichten Job handelte, sich Zutritt zum Lagerhaus verschaffen, die Kisten mit der frisch aus Übersee eingetroffenen Ware schnappen, diese zum vereinbarten Ort schaffen und dann die fette Belohnung kassieren. Rafe hatte mit seinen Kollegen vom Orden an genug Säuberungsaktionen teilgenommen, um zu wissen, dass gierige Kriminelle wie die hier dazu neigten, nachlässig zu werden, wenn man mit genug Banknoten vor ihrer Nase herumwedelte. Deshalb rechnete er nicht damit, dass der Kuh so glatt über die Bühne gehen würde, wie Cruise behauptete. Und obwohl Daphne immer noch sauer war, weil man sie ausgeschlossen hatte, war er froh, dass er sich keine Sorgen zu machen brauchte, ihr könne im Verlauf der Durchführung der zweifelhaften Unternehmung etwas zustoßen. Sie hatten sich nach ihrem Zusammensein auf der Damentoilette des Asylum gestern Abend darauf geeinigt, auf Abstand zu bleiben. Rafe war in seine Wohnung in Southie zurückgekehrt und dort geblieben, bis er sich wieder mit der Gang traf. Sie hatte zugestimmt, in ihrem dunklen Hafen auszuharren und auf Nachricht von ihm zu warten, bis der Job erledigt war. Wie versprochen hatte er ihr alle Einzelheiten mitgeteilt, die er in Erfahrung hatte bringen können. Dazu gehörten der Standort des Lagerhauses und der Ort, an den die Ware geschafft werden sollte. Wenn alles so lief, wie von ihm geplant, hoffte er, nahe genug an La Salle heranzukommen, um den Mistkerl in Trance zu versetzen und alles aus ihm herauszuquetschen, was er über Opus Nostrum wissen könnte. Je schneller er an diese Informationen kam, desto eher könnte er sich der eigentlichen Aufgabe widmen, der Organisation den Gar auszumachen. Dann würde er Zeit haben, darüber nachzudenken, was Devaney Winters ihm mittlerweile bedeutete und ob die Möglichkeit bestand, dass diese Gefühle erwidert wurden. Okay, verkündete Cruz. Die neuen Wachtposten sind drin, und dahinten verschwinden die alten um die Ecke. Auf geht's. Fahr los, Ocho. Der Lieferwagen setzte sich schwerfällig in Bewegung. Ocho fuhr ihn vor das Lagerhaus und Grave sprang nach Fisch und Axel aus dem Wagen. Wie beim Museumsdeal sorgten die beiden Männer für eine kurzfristige Ablenkung, während Grave zur Tatschritt und beide Wachtposten in tiefen Schlaf versetzte. Cruz und Ocho kamen mit Brechstangen ausgerüstet hinterher. Sie machten die versiegelten Kisten, um die es ging, ausfindig und brachen sie einfach auf. Die darin enthaltenen kleineren Kisten wurden Stück für Stück auf eine Sackkarre gestellt. Grave war nicht damit beauftragt, sich um die Verladung der Ware zu kümmern, aber das war ihm auch egal. Heute Abend bestand seine Aufgabe darin, Schmiere zu stehen und einzugreifen, wenn Probleme auftauchten. Er behielt also die Umgebung im Auge, während die Männer die Sackkarre immer wieder neu beluden und damit zum Lieferwagen fuhren. »Schneller!« befahl Cruz den anderen und marschierte wie ein General auf und ab. »Na los, macht schon! Beeilt euch!« Rafe trat zu Fish. »Hey, sag mal, wem gehört der Kram eigentlich, den wir hier stehlen?« »Weiß ich nicht, Kumpel«, erwiderte Fish flüsternd. »Laut Ocho gehört das alles irgendeinem Waffenhändler. LaSalle hat Freunde, die bereit sind, jeden Preis zu bezahlen, um das, was immer sich in den Kisten befindet, in die Finger zu bekommen.« Cruz warf Rafe einen verhaltenen und seltsamen, spöttischen Blick zu, als Fish und Axel zurückkamen, um eine weitere Ladung zu holen. Rafe gefiel der Ausdruck auf dem Gesicht des Bandenanführers nicht. Ihm gefiel das Gefühl nicht, dass man sich auf seine Kosten amüsierte. »Was ist so lustig, Cruz?« Der andere zogte mit den Achseln. »Ich lache doch gar nicht.« »Ich auch nicht«, erwiderte Rafe. »Was zum Teufel geht hier vor?« »Was verladen wir da gra...« Das Geräusch eines sich nähernden Fahrzeuges ließ ihn mitten im Satz aufhorchen. Eine Tür wurde geöffnet. Schwere Stiefel kamen auf dem Asphalt auf. Die Wachtposten, die vor ein paar Minuten das Lagerhaus verlassen hatten, waren unerwartet zurückgekehrt. Einer von ihnen lief schnellen Schritt hinein. »Hey, Jensen. Ich bin's, Noah. Hab diese blöde Geburtstagskarte für meine Frau vergessen.« Er ging weiter. »Hey, weißt du, dass da draußen ein Mietwagen steht?« »Meeks und ich haben dem Boss gerade gesimst, ob er jemanden wegen der neuen Ladung vorbeigeschickt hat.« »Jensen?« Rafe, der im Bruchteil einer Sekunde durch das Lagerhaus gerast war, stand jetzt vor dem Wachtposten. Er legte dem Mann die flache Hand auf die Stirn, ehe der vor Überraschung auch nur einen Ton herausbekam, und versetzte ihn in sofortige Trance. Aber damit waren die Probleme noch nicht vorbei. Der Partner des Mannes war um das Lagerhaus herumgelaufen, um sich dann von hinten anzuschleichen und die Eindringlinge zu stellen. Sein Befehl an Cruise und die anderen, die Hände hochzunehmen, wurde von der Bande mit einer Salve aus mehreren Pistolen beantwortet. Der Mann schrie laut auf und erwiderte das Feuer. Kurz darauf hing der Geruch von Blut in der Luft. Verdammte Scheiße. Rafe raste zu der Stelle, wo der Schusswechsel stattgefunden hatte, und fand Axel tot am Boden liegend vor. Sein Hinterkopf war durch eine austretende Kugel weggerissen worden. Der Wachtposten war ebenfalls tot. Er lag in einer immer größer werdenden Blutlache, ein paar Meter entfernt von Cruise, der seinen Männer weiter Befehle zubrüllte. »Vergesst die Sackkarre! Dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr!« Der Anführer der Bande griff nach einer der Kisten und rannte damit los. »Nehmt, was ihr tragen könnt, und dann nichts wie weg hier!« Rafe stürmte zu ihm und stellte sich ihm in den Weg. Seine Augen loderten, sodass sich ihr Schein auf Cruise kreidebleichem Gesicht widerspiegelte. Allein das Blut, das vergossen worden war, hätte Rafe's Fänge hervortreten lassen. Doch es waren Wut und Argwohn gegenüber diesem Mann, was die scharfen Spitzen hervorschießen ließ. »Was zum Teufel habt ihr? Du und LaSalle hier laufen! Was verdammt nochmal befindet sich in diesen Kisten? Sag es, ehe ich mich entschließe dir, deine verdammte Kehle aufzureißen!« Cruise wirkte nicht eingeschüchtert. Er schien zu triumphieren. Wer ließ die Kiste fallen, die er in der Hand gehabt hatte? Sie schlug zwischen ihnen auf dem Boden auf, und das Krachen klang wie ein Kanonenschuss. Rafe spürte, wie es unter ihm plötzlich heiß wurde. Er sah nach unten und beobachtete schockiert, wie eine bläulich-schimmernde Flüssigkeit zwischen den zerbrochenen Brettern hervorsickerte. Allmächtiger, flüssiges, ultraviolettes Licht. Er hatte gewusst, dass es diese hochmoderne Technologie gab. Opus hatte die Forschung mit Interesse verfolgt und unterstützt, um die Technologie im großen Stil als Waffe einzusetzen. In den letzten Monaten hatte der Orden Waffenlager mit UV-Munition, die für Stammesvampire tödlich war, vernichtet. Doch offensichtlich nicht alle, und Rafe hatte diese tückische Waffe noch nie selbst aus nächster Nähe gesehen. Das Licht versenkte seine Augen. Er bedeckte das Gesicht mit einem Arm und taumelte nach hinten. Doch das genügte nicht, um das Brennen zu stoppen, das ihn erfasste, als pures UV-Licht ihn umhüllte. Brüllend streckte er einen Arm nach Cruise aus. Doch der Bandenanführer wich mit einem leisen Lachen tänzeln zurück. »Bewegt euch!«, rief er Fisch und Ocho zu. »Lassall wartet am Treffpunkt auf uns!« Sie hielt das Warten nicht mehr aus. Nachdem sie die letzten Stunden in ihrer Altbauvilla auf- und abgegangen war, hatte Davany schließlich ihrer Ungeduld nachgegeben und sich auf ihr Motorrad geschwungen. Raifs Versprechen, sie zu informieren, sobald der Job erledigt war, hätte sie beruhigen sollen. Aber sie konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass irgendetwas nicht stimmte. Sie fuhr am Übergabepunkt in der Nähe vom Atlantic Wharf vorbei, konnte die Männer aber nirgends entdecken. Sie verspäteten sich, was ihr Angstgefühl noch verstärkte. Sie gab Gas und raste zum Industriegelände beim Frachthafen. Das mulmige Gefühl im Magen ließ etwas nach, als sie das Fahrzeug der Bande vor dem Lagerhaus erspähte und sah, dass Ocho um den Wagen herum auf die Fahrerseite lief und einstieg. Cruise und Fisch trugen jeweils eine schwere Kiste aus dem Lagerhaus und verluden sie in den Lieferwagen. Gott sei Dank. Es sah so aus, als wollten sie gleich losfahren. Vielleicht hätte dieser Anblick sie beruhigen und veranlassen sollen, wieder zu gehen, denn eigentlich sollte sie gar nichts über den heutigen Job wissen, geschweige denn hier sein. Doch was sie hier nicht sah, war Raif. Pulverrauch hing in der Luft, und je näher sie dem Lagerhaus kam, desto sicherer war sie auch, Blut zu riechen. Menschliches Blut, nicht das von einem Stammesvampir. Doch das sorgte nicht dafür, dass die nagende Sorge weniger wurde, die sich in ihr breitmachte. Sie raste zu dem Lieferwagen, der im Leerlauf wartete, und sprang förmlich vom Motorrad, als sie ankam. Cruise hielt sich mit Fisch immer noch hinten am Wagen auf. Er zog den Laden herunter und verriegelte alles, als Devaney angerannt kam. »Was zum Teufel hast du hier zu suchen?« »Sag mir, hier bei euch?« Cruise antwortete nicht. Er gab Fisch mit dem Kinn ein Zeichen. »Verfrachte deinen Hintern ins Fahrerhaus.« »Sofort!« Fisch zögerte nur eine Sekunde, und auf seinem Gesicht lag ein unsicherer Ausdruck, als er Devaney anschaute. Dann eilte er dem Befehl folgend davon. Knurrend packte Devaney den Anführer vorne am Shirt. Sie hatte nicht die Geduld, so zu tun, als wäre sie nicht bereit, ihm ernsthaft Schaden zuzufügen. »Verdammt, Cruise! Sag mir, was zum Teufel hier...« Er schubste sie weg. Sodass sich ihr Griff löste. Als sie nach hinten taumelte, rannte er auf die andere Seite des offenen Fahrerhauses. »Ocho! Fahr los!« Der Lieferwagen machte mit kreischend durchdrehenden Reifen einen Satz nach vorn. In der Luft lag der Geruch von verbranntem Gummi. Eine flammende Woge schob sich vor Devanys Augen. Jede außerirdische Faser ihres Seins, die Stammesvampiren in ihr, kam explosionsartig zum Vorschein. Sie sprang in die Luft und landete, wie eine Katze auf dem Dach des immer schneller werdenden Lieferwagens. Noch ein Sprung und eine Drehung in der Luft, und dann kamen ihre Stiefel auf der Motorhaube auf, wo sie Ocho und Cruise durch die Windschutzscheibe in die verblüfften Gesichter sah. Sie stieß ihre Faust durch die Scheibe und packte Cruise an der Kehle. »Wo zum Teufel ist Rave?« Cruise wirkte röchelnd und zerrte an ihren Fingern. »Zur Hölle mit dir, du Miststück! Allmächtiger!« Die Augen von Ocho, der hinter dem Steuer saß, sprangen fast aus dessen Kopf. »Sie ist ein scheiß Stammesvampir!« Der Lieferwagen geriet ins Trudeln, doch Devaney verlor nicht den Halt. Während sie Cruise weiter schmerzhaft umklammert hielt, bemerkte sie etwas Seltsames an seiner Kleidung. Hellblaue, ungewöhnlich leuchtende Farbe, befleckte sein Shirt und die Jeans. Etwas von der Farbe klebte auch an seinen Händen. Nein, das war keine Farbe. Was zum Teufel hatte das zu bedeuten?« Mitten im vorne herrschenden Chaos kam Fish aus dem hinteren Teil des Wagens gekrochen. »Er ist noch im Lagerhaus, Brinks!« Er schluckte und schüttelte zögernd den Kopf. »Das flüssige UV-Licht in den Kisten! Shit! Oh nein!« Devaney heulte vor Wut auf. Am liebsten hätte sie alle Geschöpfe der Hölle auf Cruise losgelassen, doch die Sorge um Ray ließ alles andere in den Hintergrund treten. Mit einem Satz sprang sie von dem fahrenden Wagen. Er schlingerte im Dunkeln davon, während sie fast fliegend zum Lagerhaus zurückraste. Ein bewusstloser Wachtposten lag in der Nähe des Eingangs auf dem Boden. Zwei weitere, die auch in Trance versetzt worden waren, schliefen ein paar Schritte weiter. Allerdings begannen alle, sich zu regen. Was bedeutete, dass Raves mentaler Griff allmählich schwächer wurde? »Rave!« Devaney rannte weiter ins Lagerhaus hinein, wo ihre Sinne gleich vom Geruch frisch vergossenen Blutes überwältigt wurden. So viel Blut. Und Tote auch. Excels Leiche lag nicht weit entfernt von einem toten Wachtposten, der von Kugeln durchbohrt worden war. Und da war auch Rave. Er wandte sich auf dem Boden neben einer zertrümmerten Kiste, aus der immer noch eine blau-schimmernde Flüssigkeit sickerte. Rave lag in einer immer größer werdenden Pfütze dieser Substanz. Überall, wo der hochkonzentrierte ultraviolette Stoff seine nackte Haut berührt hatte, war diese entsetzlich verbrannt, selbst sein schönes Gesicht. »Oh mein Gott, Rave!« Der Klang ihrer Stimme schien zu ihm durchzudringen. Er hob den Kopf. Doch seine geschwollenen Lieder hoben sich nicht. Vielleicht konnte er sie aber auch gar nicht öffnen. »Devaney«, krächzte er. »Was zum Teufel machst du hier? Geh!« Cruise und die anderen. »Sie sind weg«, sagte sie, und hockte sich bereits neben ihn auf Boden. »Sie sind mit dem Lieferwagen weggefahren.« »Flüssiges UV.« »Ich weiß. Fisch hat es mir gesagt.« Ihre Stiefel rutschten in den quecksilbrigen Pfützen aus, als sie versuchte, Rave aus der Flüssigkeit zu ziehen. »Die müssen hier raus.« Er stöhnte vor Schmerz, als sie ihn hochzog. Sobald er stand, schob sie eine Schulter unter seinen Arm, um ihn zu stützen. Sie wusste nicht, woher er die Kraft nahm, sich in diesem entsetzlichen Zustand zu bewegen. Doch er taumelte mit ihrer Hilfe aus dem Lagerhaus nach draußen in die kühle Nacht. »Mein Motorrad können wir nicht nehmen. Du wirst dich nicht die ganze Fahrt über festhalten können.« »Das Auto von den Wachtposten.« Er zeigte auf die unauffällige Limousine, die auf dem Seitenstreifen parkte. Devaney ließ mit einem mentalen Befehl bereits den Motor an, während sie zu dem Wagen eilten. Vorsichtig half sie Rave auf den Beifahrersitz, und zuckte angesichts der entsetzlichen Schmerzen, die er durchleiden musste, zusammen. »Mir geht's gut,« sagte er. »Fahr einfach los, Baby.« »Okay.« Sie sprang hinters Steuer und drückte das Gaspedal durch. Sie fuhr in die Stadt hinein, wusste aber nicht, wo genau sie sich eigentlich befand. Ihr Blick ging immer wieder zu Rave, und ihre zunehmende Sorge schnürte ihr die Kehle zusammen. Er war in einer noch schlimmeren Verfassung, als sie anfangs angenommen hatte. Seine Lunge pfiff. Seine Hände waren eine mit Blasen übersäte breiige Masse. Das UV-Licht hatte seine Stirn, Leder und Wangen verbrannt. Sogar seine Lippen waren versenkt. Weiße Haut riss und löste sich bei der kleinsten Bewegung seines Mundes. Er brauchte unbedingt Hilfe. Er musste geheilt werden, und wenn man ihn so ansah, war es klar, dass damit keine Zeit verschwendet werden durfte. Vor sich sah sie eine Unterführung. Die Ausfahrt darunter war teilweise mit Baustellenzäunen zugestellt und die Baustelle selbst gesperrt. Alles wirkte ruhig, und es war stockfinster hier. Für sie sah es nach einem Ort aus, wo sie kurz anhalten und zu Atem kommen konnten. »Was machst du da?« krächzte er neben ihr. »Wir werden langsamer. Warum?« »Alles gut.« »Himmel«. Sie hasste sich dafür, dass er den gepressten Klang ihrer Stimme hörte. Sie wollte stark sein, aber sie war kaum in der Lage, die Gefühle im Zaum zu halten, die ihr die Kehle zuschnürten, seit sie ihn im Lagerhaus erblickt hatte. »Ich fahre zu einem sicheren Ort, damit du dich ein bisschen ausruhen kannst.« »Nein, das geht nicht.« Aufgeregt machte er eine abrupte Bewegung. Die verletzten Hände wedelten ziellos hin und her, weil er nichts sehen konnte. Er stöhnte, ein frustrierter, schmerzerfüllter Laut. »Ich muss Cruz aufhalten. Diese Kisten, die haben das Zeug bestimmt für Opus gestohlen.« »Du gehst jetzt nirgends hin. Du musst dich ausruhen. Du brauchst Heilung.« Obwohl er knurrend protestierte, parkte sie die Limousine unter einer flatternden Plastikplane, die von der Baustelle auf der Brücke herunterhing. Sie drehte sich zu ihm um und holte besorgt, ganz flach Luft. Seine Schmerzen jagten ihr Angst ein, erschütterten sie. Wenn sie ihn jetzt wegen Cruz und LaSalle verlor? Wenn sie ihn wegen Opus Nostrum verlor? Nein, sie weigerte sich, so etwas überhaupt zu denken. Sie weigerte sich auch nur in Erwägung zu ziehen, dass die ihr Rafe auch noch nehmen könnten. »Lass mich dir helfen.« Sie streckte die Hände nach ihm aus und legte sie vorsichtig auf seine Brust. Sie hatte noch gar nicht richtig angefangen, seine Heilergabe in sich aufzusaugen, als sie merkte, dass es nicht funktionieren würde. Sein Körper war völlig ausgelaugt und zog alle Energie zusammen, um dem Schaden entgegenzuwirken, den das UV-Licht verursacht hatte. Er verlor bereits immer wieder kurz das Bewusstsein. Sie könnte ihm zwar seine mentale Gabe entziehen, doch damit würde sie ihn auch seiner letzten Kräfte berauben. Sie wusste nicht, ob sie sie schnell genug zurückgeben könnte, um ihn zu retten. Ein Scheitern war eine Möglichkeit, die sie nicht riskieren wollte. Sie unterbrach die Verbindung und zog ihre Hände zurück. »Du brauchst Blut, Rafe.« Sie schaute aus dem Fenster und sah nichts außer einer verlassenen Straße und einer Baustelle. Nirgends war ein Mensch zu sehen, und die Zeit reichte nicht, loszurasen und nach einem Blutwirt für ihn zu suchen. Aber im Grunde wollte sie nicht sehen, wie er bei jemand anders Nahrung zu sich nahm. Nicht einmal unter diesen Umständen, besonders nicht unter diesen Umständen. Menschliches Blut war sowieso minderwertig. Sein Körper brauchte etwas viel Stärkeres, um seine Genesung in Gang zu setzen. Ihr Blut. Es gab kaum etwas Reineres. Es gab nichts auf dieser Welt, was ihn schneller heilte. Aber wenn sie es ihm gab, würde sie es nie wieder zurücknehmen können. Die Verbindung würde bleiben, nachdem er längst geheilt war. Sie ließ sich nicht wieder lösen. Wenn sie ihn auch nur einen Schluck trinken ließe, wäre er für immer durch diese Bindung an sie gefesselt. Ein Geschenk, das er vielleicht als Fluch betrachten würde. Sie nahm dieses Wissen nicht auf die leichte Schulter. Vielleicht würde er sie dafür hassen, aber zumindest würde er leben. Devaney hob ihr Handgelenk an den Mund und öffnete mit einem Biss die Vene, die dort pulsierte. Blut tropfte auf Raves verbrannte Haut und in seinen kurzen Bart, als sie ihre Hand an seine leicht geöffneten, aufgeplatzten Lippen führte. Beim ersten Tropfen, der seine Zunge berührte, stöhnte er. Sein großer Körper zuckte, als der lebensspendende Saft weiterströmte. Er leckte die Tropfen auf, dann schloss sich sein Mund über den beiden kleinen Wunden und er begann zu saugen. Als er schluckte, setzte ein leises Brummen in seiner Brust ein. Plötzlich riss er die Augen auf. Feuer loderte in den gequälten blauen Tiefen. Devaney. Ihr Name kam als drohendes Knurren über seine Lippen. Trink, flüsterte sie. Und das tat er. Er stand in Flammen. Licht strömte in seine Adern, in seine Muskeln und Knochen, in jede ausgelaugte, dürstende Zelle seines Körpers. Und er konnte nicht genug davon bekommen. Der überwältigende Schmerz, der seinen ganzen Körper erfasst hatte, ihn im Lagerhaus zu Boden hatte gehen lassen und fast alles Leben, das in ihm war, versenkt hatte, machte nun etwas anderen Platz, das ihn mit unendlicher Demut erfüllte. Devaney Winters. Das, was sie ausmachte. Ihr ganzes Wesen strömte bei jedem durstigen Schluck, den er aus ihrer Venen nahm, in ihn hinein. Kühn, intensiv, süß, rauschend, unvergesslich, lebensverändernd. Schon vorher war sie all das für ihn gewesen, aber jetzt lebte sie durch die neu erschaffene Bindung in ihm. Er spürte ihre Kraft, die seinen geschundenen Körper nährte und die Wunden heilte, die ihn bestimmt umgebracht hätten, wäre sie ihn nicht entgegen seinen Anweisungen suchen gegangen. Seine außergewöhnliche Partnerin. Er verdankte ihr sein Leben, Himmel. Er verdankte Devaney so viel mehr als das und er schuldete ihr immer noch die Wahrheit. Er hob die Lieder und sah, dass sie ihn mit zärtlicher Erleichterung beobachtete, während er ihr Blut trank. Es funktioniert, Rave. Trink weiter. Deine Haut heilt. Die Verbrennungen. Sie beginnen zu verblassen. Er stöhnte an ihrem Handgelenk und fühlte sich wie der schlimmste Mistkerl, als auf einmal all ihre Empfindungen in ihn strömten. Ihre Angst wegen der Schwere seiner Verletzungen ließ jetzt nach und machte einer hellen, wachsenden Freude Platz, ihm dabei zuzuschauen, wie alle Wunden heilten. Er spürte die erstaunliche Intensität ihrer Fürsorge für ihn. Es war zu viel. Er hatte zu viel von ihr genommen. Nicht nur, als er jetzt aus ihrem Handgelenk trank, sondern vom ersten Moment ihrer Begegnung an. Und jetzt dies. Diese Verbindung zu ihr, die so lange Bestand haben würde, wie sie lebten. Verdammt! Wütend zwang er sich von ihr abzulassen, strich mit der Zunge über die beiden kleinen Wunden und verschloss sie dadurch. Er setzte sich auf und machte eine schnelle Bestandsaufnahme seines Zustands. Unter dem heilenden Licht von Stavenys Blut hatte er immer noch höllische Schmerzen. Seine Haut fühlte sich an, als wäre sie ihm mit einem heißen Messer heruntergezogen worden. Aber er atmete. Er lebte. Er hatte es Staveny zu verdanken, dass er lebte. Bedauern bemächtigte sich seiner. Nicht, weil er ihr Geschenk nicht gewollt hätte, sondern weil sie es bereuen würde, sobald sie merkte, dass er es nicht verdient hatte. Mit finsterer Miene sah er sie an. Das hättest du nicht tun sollen. Sie sackte ein bisschen in sich zusammen. Die helle Dichte ihrer Empfindungen wurde angesichts seiner kalten Reaktion gedämpft. Er konnte nichts dagegen tun. Schuldgefühle schlugen ihre Klauen in sein Fleisch, als sie ihn in der Stille des Wagens ansah. Um sicherzustellen, dass ihr Geschenk an ihn nicht verschwendet war, wusste er nur eine Möglichkeit. Er musste alles in seiner Macht stehende tun, um ihre Familie zu rächen und Obus Nostrum zu vernichten. Er würde nicht eher ruhen, bis das vollbracht war. »Rutsch rüber«, sagte er und öffnete bereits die Beifahrertür. »Ich fahre jetzt.« Er eilte auf die andere Seite und stieg ein. Sie waren ein paar Meilen von der Innenstadt von Boston entfernt. Rafe raste zu der Stelle, wo die Kisten übergeben werden sollten. Er war sich fast sicher, dass die Minuten, in denen er ausgefallen war, Crews genug Zeit verschafft hatten, die Kisten an La Salle oder an denjenigen, der am anderen Ende der Angebot- und Nachfragekette stand, zu übergeben. Er hätte also nicht der Freuter sein können, als er den Lieferwagen immer noch am Atlantic Wharf parken sah. Nur, irgendetwas stimmte nicht. »Rafe«, sagte Davany leise neben ihm, »ja, ich weiß.« Um den Lieferwagen herum war es totenstill. Als er das riesige Loch in der Windschutzscheibe sah, warf er Davany mit hochgezogenen Augenbrauen einen fragenden Blick zu. Sie zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Ich hätte Crews töten sollen, als meine Faust um seine Kehle lag.« Rafe parkte die Limousine vor dem anderen Fahrzeug. »Ich bin gleich wieder da«, sagte er. »Bleib hier.« »Den Teufel werde ich tun.« Sie sprang ebenfalls aus dem Auto und gemeinsam näherten sie sich dem Lieferwagen. Sie rochen das Blut, lange bevor sie die Leichen von Crews, Fisch und Ocho sahen. Alle drei waren quasi hingerichtet worden. Die Leichen waren kalt. Wer auch immer die Morde begangen hatte, war schon lange fort. Und von den Kisten mit dem flüssigen UV war keine einzige mehr da. »Oh mein Gott«, sagte Davany leise. »Meinst du, La Salle hat sie reingelegt?« Rafe schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht.« Fisch sagte, die Kisten würden einem Waffenhändler gehören. Offensichtlich brauchte La Salles Kontaktperson jemanden, der den Mittelsmann spielte. »Austauschbare Mittelsmänner«, überlegte Davany. Rafe nickte. »Ja, aber das scheint mir hier doch professioneller als der Vergeltungsschlag eines hiesigen Revolverhelden. So ein Massaker habe ich schon mal gesehen. Vor ein paar Monaten in Montreal, nachdem eine Todesschwadron von Opus einen Pharma-Riesen und alle anderen im Haus eliminiert hatte.« »Da ist La Salles Yacht«, sagte sie und deutete auf den Hafen. Licht drang durch die Fenster des großen weißen Boots, das am Ende des langen Piers verteut war. »Er ist immer noch da.« Rafe gefiel nicht, was er sah, und der Geruch ebenso wenig. Wenn es um den Lieferwagen herum schon nach Tod roch, dann stank La Salles Yacht wie ein Schlachthaus. »Die Meuchelnmörder von Opus sind auch schon da gewesen«, murmelte er. Ihm gefiel die Vorstellung nicht, dass Davany mit ihm zusammen zur Yacht ging, aber sie hatte schon mehrfach zur Genüge gezeigt, dass sie nicht die Art Partnerin war, die auf der Rückbank wartete, wenn Gefahr drohte, und dem Himmel sei Dank dafür, wenn er an vorhin dachte. Seine Haut brannte immer noch wie die Hölle, aber das hielt ihn nicht auf, als er sich an La Salles Boot anschlich und vorsichtig an Bord ging. Es war völlig still. Nur aus der Hauptkajüte hörte man einen Fernseher, auf dem eine Sportübertragung lief. Bewaffneten Leibwächtern war aus nächster Nähe in den Kopf geschossen worden. Die Crewmitglieder hatten ein ähnliches Schicksal erlitten. Einigen war aber auch die Kehle durchgeschnitten worden. Rafe bewegte sich schnell durch die Kajüte. Sein feines Gehör fing das leise Rasseln, schwächer werdender Atemzüge und das immer langsamer werdende Schlagen eines sterbenden Herzens auf. Das ist La Salle, sagte Devaney. Der Mann lag mit mehreren Mitgliedern seiner Crew in der Hauptkajüte. Alles war voller Blut. Sogar der große Fernsehbildschirm am anderen Ende des luxuriös eingerichteten Wohnraums war mit Blut gespritzt. Rafe hockte sich neben Judah La Salle. Sagen Sie mir, für wen Sie arbeiten. Aber die einzige Antwort, die er bekam, war ein feuchtes Röcheln. Der Mensch stand kurz davor, sein Leben auszuhauchen und war gar nicht mehr in der Lage zu reden. Er hatte höchstens noch ein paar Sekunden, wenn überhaupt. Was ist passiert, La Salle? Hat Opus entschieden, dass Sie nicht mehr nützlich sind, wollte Rafe wissen. Er legte La Salle eine Hand auf, sodass dieser kurz wieder zu Kräften kam. Es reichte gerade, um seiner vollgelaufenen Lunge einen Laut zu entlocken. Verdammt noch mal. Sagen Sie mir, wer Ihr Kontaktmann ist. Ich weiß es nicht. Das Blut bildete in den Mundwinkeln des sterbenden kleinen Bläschen. Ich habe keinen Kontaktmann. Ich tue nur, was man mir sagt. Dann fließt Geld, Geld, auf mein Konto. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Rafe schaute zu Daveny auf. Es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden. Er legte seine Hand auf die Stirn des Mannes, die mit kaltem Schweiß bedeckt war, und versetzte ihn in Trance, um ihm dann die gleiche Frage noch einmal zu stellen. Und La Salle gab die gleiche Antwort. Er hatte nie einen direkten Kontakt zu jemandem gehabt, zumindest nicht bis heute Abend. Wer hat das hier getan? fragte Rafe. La Salle schüttelte schwach den Kopf. Ich schwöre es. Ich weiß es nicht. Sie sagten, ich... sagten, ich hätte es vermasselt. Sie sagten... sagten, sie und das Mädchen... sagten, sie beide müssten weg. Rafe drehte sich zu Daveny um. Wir müssen hier raus. Sie hörte ihm gar nicht mehr zu. Ihre ganze Aufmerksamkeit war auf den mit Blut bespritzten Fernsehbildschirm gerichtet. Rafe spürte ihren Schock, so kalt wie Eiswasser in seinem Blut. Die Übertragung des Spiels war wegen einer Eilmeldung unterbrochen worden. In einem Wohngebiet von Back Bay war es zu einer riesigen Explosion gekommen. Im Hintergrund hinter dem Reporter loderte ein Inferno. Asche und Rauch stiegen in den Nachthimmel, während Feuerwehrleute versuchten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Rafe ließ La Salle los. Der Mann gab einen letzten Atemzug von sich, als sein Körper wieder auf den Boden sackte. Rafe stellte sich neben Daveny. Allmächtiger. Langsam drehte sie das Gesicht zu ihm. Das ist meine Straße, Rafe. Das Gebäude da. Das ist mein Haus. Daveny saß schweigend neben ihm, in der den Wachposten des Lagerhauses gestohlenen Limousine, während er fuhr. Rafe schaute in ihr immer noch vor Entsetzen erstarrtes Gesicht, das vom schwachen Schein des Armaturenbretts beleuchtet wurde. »Geht's dir gut?« Sie nickte einmal kurz, doch das war eher ein Reflex. Sie sah ihn nicht an. Sie hatte kaum mehr als zwei Worte gesagt, seitdem sie das Gemetzel am Hafen hinter sich gelassen hatten. Sie war eine starke, mutige Frau, aber nicht einmal von einem erfahrenen Ordenskrieger erwartete man, dass er von so einem Gemetzel unberührt blieb. Und jetzt hatte die Todesschwadron von Opus laut La Salle auch noch den Auftrag, Daveny und ihn umzubringen. Rafe war nicht sonderlich besorgt, dass man ihn ins Visier genommen hatte. Schon allein die Verbindung zu Lucan Thorn und dem Orden sorgte dafür, dass man ins Fadenkreuz von Opus Nostrum geriet. Er lebte jeden Tag mit dieser Gewissheit. Für Daveny war diese Bedrohung neu. Und heute Abend war sie absolut gefährlich und real geworden. »Die haben mein Haus in die Luft gesprengt, Rafe.« »Ja.« Ihre tonlose Stimme ließ ihn innerlich zusammenzucken. Er streckte die Hand nach ihr aus und legte sie auf ihre kalten Finger. »Aber dir geht es gut. Du bist in Sicherheit. Nur das zählt.« Stumm schüttelte sie den Kopf. »Aber alles andere. Meine ganze Arbeit. Die Nachforschungen meines Vaters und seiner Aufzeichnungen. Wir haben jetzt alles verloren. Wir müssen wieder ganz von vorne anfangen, Rafe.« Er biss die Zähne zusammen und hielt nur mühsam die Worte zurück, dass er fast jedes Fitzelchen Information an den Orden weitergeleitet hatte. Gideon hatte wahrscheinlich mittlerweile jedes Foto und jede Angabe mehrfach erfasst. Der Orden hatte heute Abend nichts verloren. Aber das konnte er Daveny nicht enthüllen, ohne es vorher mit seinem Commander abgesprochen zu haben. Als Rafe antwortete, hörte man seiner Stimme an, wie nahe ihm alles ging. »Es tut mir leid, dass du in all das mit reingezogen worden bist. Ich bin nur verdammt froh, dass du nicht in der Nähe des dunklen Hafen warst, als diese Mörder von Opus ihre üblen Machenschaften verübt haben.« Jetzt würde es auch sonst nirgends in der Stadt mehr sicher für sie sein. Es gab nur eine Ausnahme. Er kannte nur einen Ort, bei dem er darauf vertrauen konnte, dass weder Opus noch andere, die diesen Verbrechern ergeben waren, sich ihr nähern konnten. Er schlug den Weg ein, der ihn dorthin führen würde, obwohl ihm klar war, dass ihm bei seiner Ankunft alles um die Ohren fliegen könnte. Sein Undercover-Einsatz, das Vertrauen, das seine Commander in ihn gesetzt hatten, Himmel. Seine ganze Zukunft als Krieger könnte Vergangenheit sein, wenn er eine Zivilistin zum Orden mitnahm, die dazu nicht berechtigt war. Eine Zivilistin mit Verbindungen zu Justice und auf deren Kopf ein Preis ausgesetzt war. Doch all das verblasste angesichts der Möglichkeit, dass er im gleichen Moment Devonys Vertrauen verlieren könnte. Die Tatsache, dass er ihr von all dem nichts erzählt hatte, die Tatsache, dass er ihr nichts davon hatte erzählen können, ohne dadurch seine Pflicht gegenüber dem Orden zu verletzen, nagte an ihm, als die Kommandozentrale und das umgebende Gelände, das mit hohen Zäunen und Kameras gesichert war, in Sicht kamen. Als er auf das Gelände abbog, erwachte Devony endlich mit einem Ruck aus ihrer Lethargie. »Wo sind wir?« »An dem einzigen Ort, den wir jetzt aufsuchen können.« Er berührte die Sicherheitskonsole und hielt seine Handfläche vor den Scanner, während er auf eine Antwort wartete. Es dauerte nicht lange. »Was zum Teufel willst du denn hier?« Elijas tiefe Stimme, die gedehnt aus dem Lautsprecher kam, klang wenig einladend. Da es kurz vor Tagesanbruch war, hatte sich die Patrouille wahrscheinlich gerade wieder eingefunden. »Ich muss den Commander sehen.« »Dann ruf an und mach einen Termin.« Mit dieser feindseligen Reaktion seines Kameraden hatte er rechnen müssen, vor allem, wenn man ihre letzte Unterhaltung im Asylum bedachte. »Es ist dringend, Elij. Ich werde nicht gehen, ehe ich nicht mit Chase geredet habe.« Der Krieger stieß ein Schnauben aus. »Dann mal herzlich willkommen zu deiner Beerdigung, Mann.« Als ich das Tor eröffnete, fuhr Rave hinein. Es spürte Devonies Sorge, als sie sich dem weitläufigen Gebäude näherten. Die älteren Krieger erzählten, dass die ursprüngliche Anlage in dieser Stadt schon beeindruckend gewesen war. Doch die neue war eine wahre Festung, die vor zwanzig Jahren errichtet worden war, nachdem es einem Feind gelungen war, in die damalige Kommandozentrale einzudringen, sodass diese hier hatte abgerissen werden müssen. Devonies warf ihm einen besorgten Blick zu. »Rave, bist du dir sicher, dass das richtig ist?« »Alles wird gut.« Er stellte den Motor ab und drehte sich zu ihr um. Er konnte nicht widerstehen und streckte die Hand aus, um ihre Wange trotz ihrer skeptischen Miene zu streicheln. »Hier bist du sicher. Das verspreche ich dir.« Überrascht merkte er, dass Devonies, als sie vom Auto zum Haupteingang des beeindruckenden Gebäudes gingen, ihre Hand in seine schob. Er wusste nicht, ob sie mit der Geste ihn oder sich selbst beruhigen wollte, aber das war ihm egal. Nach der schrecklichen Nacht, die hinter ihnen lag, war er froh, sie festzuhalten. Er war mehr als nur froh, sie an seiner Seite zu haben. Er war stolz. Er würde noch nicht einmal hier stehen, hätte sie ihm nicht ihr lebensrettendes Blut zum Geschenk gemacht. Durch die Blutsverbindung spürte er jetzt, wie sie sich vor Sorge innerlich noch mehr verkrampfte, als die Tür aufging und Eli vor ihnen stand. Er hatte Jax an seiner Seite, und beide Krieger steckten noch bis hin zu den Waffen, die sie in der Hand hielten, in ihrer Kampfkluft, nachdem sie wohl gerade von der Patrouille zurückgekehrt waren. »Da laust mich doch der Affe«, meinte Jax brummend zu Eli. »Ich dachte, du würdest einen Scherz machen, als du sagtest, er würde draußen stehen. Nicht zum ersten Mal wünscht Rave sich, seine Teamkollegen würden die Wahrheit wissen, dass er nicht der abtrünnige Loser war, der zu sein er immer noch vorgeben musste. Ihr Misstrauen schmerzte, obwohl er die letzten Wochen selber für diese Einstellung ihm gegenüber sorgte. Dass sich dieses Misstrauen nun aber auch gegen Devaney richtete, verlieh seiner Stimme einen schärferen Ton. »Ich muss mit dem Kommander sprechen.« Keiner von beiden rührte sich, um ihn durchzulassen. Elijas Blick richtete sich einen Moment lang auf Devaney, ehe er wieder Rave ansah. Er stieß ein sarkastisches Lachen aus. »Wer ist denn die Streunerin da? Hab ich die nicht mit diesen Losern abhängen sehen, als wir dir letztens zufällig im Asylum begegnet sind?« Rave senkte den Kopf mit einem warnenden Knurren. »Sie gehört zu mir. Mehr brauchst du nicht zu wissen.« Für Sorge und Verbundenheit ließen ihn sofort zu Devanys Verteidigung und Schutz parat stehen. Seine Reaktion wäre immer dieselbe, ob er nun einen Freund mit seinem Blick bezwang oder einen waschechten Feind. Man musste Elijas jedoch zubilligen, dass er sich zurücknahm. Ein bisschen. Jax verschränkte die Arme vor der Brust und stand immer noch angriffslustig auf der Schwelle. »Muss schon sagen. Was nerven, Mann. Dem Kommander wird das nicht gefallen. Und Nathan auch nicht, sobald er herausfindet, dass du hier bist und sie mitgebracht hast.« Rave hatte nicht die Geduld für Vorwürfe oder Fragen. Vor allem, da er seinen Teamkollegen sowieso nichts erzählen durfte. Und ganz gewiss nicht, während er hier draußen mit Devaney stand und wusste, dass Opus Todesschwadronen die Stadt nach ihr durchkämmten. »Ich bin nicht hier, um mit euch beiden zu reden. Verdammt nochmal!« Er machte einen Schritt nach vorn, bereit, sich gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen, wenn es sein musste. »Ich werde nur mit Chase reden.« »Lasst ihn rein!« Hinter den beiden Kriegern, die ihm den Weg versperrten, erschien Commander Sterling Chase. Eli und Jax traten zur Seite, um dem riesigen Stammesvampir Platz zu machen. Chase war immer eine beeindruckende Gestalt gewesen, mit seinen breiten Schultern, dem muskulösen Körper und den strahlend blauen Augen unter einem Schopf goldblonder Haare. Doch jetzt strahlte seine ganze Haltung einen Ernst aus, den Rave selten bei ihm gesehen hatte. Sein ungehaltener Blick ging von Rave zu Devaney und verweilte einen Moment auf ihren Händen, die sich immer noch umfasst hielten. Kommentarlos warnte er sich ab. »Kommt rein! Beide!« »Rave, in mein Büro!« Rave trat vor und zog Devaney mit sich. Eli und Jax wurden von Chase weggeschickt und nahmen das wieder auf, was sie vor Raves Ankunft getan hatten. Chase' Gefährtin Tavia kam in diesem Moment zusammen mit Carys und deren Mann Rune aus einem Raum im Erdgeschoss des Hauses. Carys bekam ganz große Augen, und ein hoffnungsvolles Lächeln breitete sich auf ihrem schönen Gesicht aus. »Rave? Oh mein Gott!« Als sie zu ihm laufen wollte, um ihn zu begrüßen, wurde sie von dem dunkelhaarigen Riesen, der ihr blutsverbundener Gefährte war, zurückgehalten. Sein starker Arm lag fest, aber trotzdem sanft um ihre Taille. Obwohl Carys wie alle anderen nicht wusste, dass Raves Verbannung nicht von Dauer war, fühlte es sich gut an, dass sie den Glauben an ihn nicht verloren hatte. Er hoffte nur, dass ihr Bruder Eric und alle anderen Krieger ihm genauso leicht vergaben, wenn, falls er in den Schoß des Ordens zurückkehrte. Von denjenigen, die sich jetzt im Raum befanden, kannten nur Commander Chase und seine Gefährtin Tavia die Wahrheit. Tavia kam auf Devaney und ihn zu. »Hallo, Rave!« Ihr sanfter Blick richtete sich auf Devaney. »Hallo, ich bin Tavia Chase.« »Das ist Devaney Winters«, sagte Rave, als er merkte, dass Devaney nicht in der Lage schien zu antworten. Ihre Eltern und ihr Bruder haben im Londoner Hauptquartier von Justice gearbeitet. »Ah, ich verstehe«, sagte Tavia, und ein mitfühlender Ausdruck trat in ihre Augen. »Devaney ist eine Stammesvampirin«, fügte Rave hinzu. »Sie ist eine Tagwandlerin.« Charis bekam ganz große Augen. »Im Ernst? Das heißt ja, dass wir miteinander verwandt sind.« Tavia wirkte längst nicht so überrascht, was darauf hinwies, dass Lucan weitergegeben hatte, was Rave ihm beim letzten Mal berichtet hatte. Chase hatte seine Frau offensichtlich über die Halbschwester, die sie bei dem Bombenanschlag in London verloren hatte, und die Nichte in Kenntnis gesetzt, die so unerwartet im Rahmen von Raves Einsatz aufgetaucht war. Über die Blutsverbindung mit Devaney spürte er ihr plötzliches Hochgefühl, als sie die andere Frau anschaute, mit der sie dieselbe außergewöhnliche Blutlinie teilte. Ein leiser Seufzer kam über ihre Lippen, als sie Raves Hand losließ, um Tavias Hand zu schütteln. »Ich freue mich so sehr, euch beide kennenzulernen. Ganz meinerseits, Devaney.« Chase nickte seiner Gefährtin zu. »Tavia, würdest du dich mit Charis und Devaney wohl nach nebenan begeben, um euch zu unterhalten, während ich mit Rave unter vier Augenrede?« »Natürlich. Mit Vergnügen.« »Ich bin hier,« sagte Rave zu Devaney, als diese ihn fragend anschaute. Allerdings war er sich angesichts von Chase missbelegendem Blick nicht sicher, ob von ihm noch etwas übrig wäre, wenn der Commander erst einmal mit ihm durch war. Chase deutete auf sein Büro. Gemeinsam ging sie hinein, und Rave nahm auf der anderen Seite des Schreibtischs Haltung an, während Chase sich in den Sessel dahinter fallen ließ. »Jetzt nimm schon Platz. Das könnte eine Weile dauern.« Nachdem Rave sich hingesetzt hatte, musterte Chase ihn über die zusammengelegten Finger hinweg. »Ich gehe mal davon aus, dass du einen verdammt guten Grund hast, hier ausgerechnet mit einer Zivilistin im Schlepptau unangekündigt aufzutauchen. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und vermute, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass du offensichtlich mit einem Aktivposten des Ordens ins Bett gehst. Als Lucan dir die Erlaubnis gab, die Frau weiter mitspielen zu lassen, hatte er aber das bestimmt nicht im Sinn.« »Shit«, der Vorwurf wurmte ihn. Doch es waren die grobe Wortwahl und die abschätzige Bemerkung über Devaney, die Raves Ton schärfer werden ließen. »Sie ist nicht irgendein Aktivposten.« »Das beantwortet wohl den ersten Teil meiner Frage«, brummte Chase. Rave redete weiter, denn er wusste, es hatte keinen Sinn zu verbergen, dass er und Devaney etwas miteinander hatten. »Sie ist in Gefahr. Wegen etwas anderem hätte ich sie nie hierher gebracht.« »Soll ich etwa erleichtert sein, wenn ich das höre?« Chase stieß einen unterdrückten Fluch aus. »Soweit ich verstanden habe, hatte Lucan dir explizit gesagt, deine Tarnung bei ihr aufrechtzuerhalten.« »Es wird ihm nicht gefallen, wenn er erfährt, dass ein Befehl von dir missachtet wurde, weil du dich mit ihr eingelassen hast.« »Meine Tarnung steht nach wie vor«, brummte Rave und fühlte sich deshalb ganz schlecht. Es hatte ihm im Prinzip von Anfang an zu schaffen gemacht, aber ganz besonders jetzt. »Sie weiß nicht, dass ich immer noch dem Orden angeriere. Mein Kommen heute und der Zusammenstoß mit Eli und Jax haben eine Tarnung nur bestätigt.« »Dir liegt etwas an der Frau.« Rave konnte es nicht leugnen, aber Chase' kluger Blick sagte ihm sowieso, dass der Commander die Bestätigung nicht brauchte. »Erzähl, was heute Abend passiert ist.« Rave berichtete von der Aneinanderreihung von Katastrophen, von den gestohlenen und jetzt abhandengekommenen Kisten mit flüssigem UV bis hin zur Ermordung von Cruise und seiner Bande, sowie von Judah LaSalle, der die bisher beste Spur des Ordens bei ihrer Jagd, auf Mitglieder des inneren Kreises von Opus Nostrum gewesen war. Grimmisch schweigend lauschte Chase all den schlechten Neuigkeiten, als hätte er schon tausend solcher Katastrophen in seinem Leben als Krieger durchgemacht und besäße Lukens breite Schultern, um all die Last zu tragen. Aber auch Rave kam damit klar, so schlimm es heute Nacht auch gelaufen sein mochte. Nur eine Sache war für ihn unerträglich, und zwar, dass Devaney in die Schusslinie geraten war. »Die haben heute Nacht ihr Haus angesteckt.« Allein die Worte auszusprechen, jagte einen frostigen Schauer durch seine Adern. Und der Gedanke an die Gefahr, in der sie schwebte, brachte sein Blut dann vor Wut zum Kochen. Ich habe LaSalle in Trance versetzt, ehe er starb. Er erzählte, die Mördertruppe hätte gesagt, man sei hinter Devaney und mir her. Während ich die Informationen aus ihm herausquetschte, liefen auf seinen Fernseher gerade die Nachrichten. Ihre Straße in Back Bay war voller Reporter- und Feuerwehrautos. Ich habe Devaney auf direktem Weg hierher gebracht. »Yes. Dieses Flammenmeer am anderen Ende der Stadt ist ihr dunkler Hafen?« »Wahr«, korrigierte Rave ihn. »Sie hat keine Bleibe mehr, Chase.« »Das ist nicht ganz richtig.« »Sie kann nach Hause. Nach London. Matthias Rowan ist wegen geschäftlicher Angelegenheiten hier in Boston. Ich bin mir sicher, dass er bereit ist, für ihr sicheres Geleit zu sorgen, wenn er morgen nach Hause zurückkehrt. Seine Leute in London können rund um die Uhr für ihren Schutz sorgen, während wir uns hier mit Opus befassen.« »Was?« »Nein.« »Auf gar keinen Fall.« Rafe wollte gern denken, dass seine vehemente Ablehnung dieser Idee mehr von der Sorge um ihr Wohlergehen herrührte, als daher, dass er sie in seiner Nähe haben wollte. Doch das war nicht das, was sein Herz sagte. »Sie hat in London kein Zuhause mehr. Ihre Familie ist ermordet worden. Sie will nicht dorthin zurückkehren. Und auch wenn, wissen wir doch beide, dass sie hier bei uns sicherer aufgehoben ist.« »Bei ihm.« »Nur weil er die Worte nicht laut aussprach, hieß das nicht, dass sie nicht durch jede Faser seines Seins dröhnten.« »Er wollte sie.« »Nicht nur, um sicherzustellen, dass ihr nichts passierte.« »Nicht nur als wertvolle Partnerin bei seiner Jagd auf Opus.« »Er wollte sie.« Chase musterte ihn einen Moment lang, ehe er tief durchatmete. Er beugte sich nach vorn und stützte die Ellbogen auf dem Tisch auf. »Hör mal, Rafe.« »Duken hat mir von ihrer Situation erzählt.« »Sie hat Schlimmes durchgemacht. Die Eltern und den Bruder auf einmal zu verlieren, ist schrecklich. Jeder würde sich dafür rächen wollen. Aber das ist unser Kampf gegen Opus, nicht ihrer.« »Nein«, Rafe schüttelte den Kopf. »Dadurch, dass sie heute Abend bedroht wurde, ist es mein Kampf geworden.« »Das stimmte.« »So sehr er auch nach Vergeltung strebte, weil er in Montreal von Opus zum Narren gehalten worden war, hatte seine Entschlossenheit, die Terrororganisation zu vernichten, jetzt eine neue Nuance bekommen, die tiefer ging und kälter war. Seine eigene Demütigung war nichts im Vergleich zu der sehr realen Gefahr, in der Devony schwebte.« »Sie bleibt bei mir.« Chase zog die Augenbrauen herausfordernd hoch. »Als Kommander dieser Kommandozentrale habe ich da vielleicht auch ein Wörtchen mitzureden.« »Und ich kann dir versichern, dass Lucan...« »Ich habe von ihrem Blut getrunken.« »Oh, shit.« »Sag, dass das ein Scherz ist.« Rafe hielt den durchdringenden Blick seines Kommanders stand. »Heute Abend.« Nachdem Cruise eine Kiste mit flüssigem UV vor mir zertrümmert hatte, die Verbrennungen waren »Schlimm.« »Daveny hätte bei dem Diebstahl nicht mitmachen sollen.« »Aber sie kam trotzdem, um nach mir zu schauen.« »Und wenn sie mich nicht gefunden hätte, wenn sie mir nicht von ihrem Blut gegeben hätte...« Rafe schüttelte langsam den Kopf. »Ich verdanke ihr mein Leben.« »Ich verstehe.« Chase musterte ihn und schüttelte dann ebenfalls den Kopf. »Ich werde in DC anrufen.« »Ich weiß, dass Lucan das alles aus deinem Munde hören will. Er wird überlegen wollen, wie es jetzt weitergehen soll. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, das, was von dem UV-Vorrat noch im Lagerhaus ist, zu sichern. Eric und sein neues Team sind heute Abend eingetroffen,« fügte er hinzu. »Sieht so aus, als bekämen sie gleich ihren ersten Auftrag.« »Verdammt!« Das Team seines besten Freundes, bestehend aus Tagwandlern, war bereits zusammengestellt. Es war hier in Boston, und Rafe hätte nichts davon erfahren, wäre er nicht heute Abend hier aufgetaucht. Obwohl er nicht wirklich vor Wochen aus dem Orden ausgeschlossen worden war, verblüffte es ihn, als er mitbekam, dass das Leben weiterging, als wäre er tatsächlich weggegangen. Erst jetzt merkte er, wie sehr er es vermisste, kein aktiver Teil von Einsätzen mehr zu sein. Chase kam aus seinem Stuhl hoch. »Ich kann nicht behaupten, dass es mir gefällt, was ich heute Abend gehört habe, Rafe, oder wie die Dinge zwischen dir und Deven E. Winters liegen. Aber ich werde nicht so tun, als wärst du der erste Krieger, der wegen einer Frau komplett durchdreht.« Die suffisante Bemerkung gab Rafe mehr Hoffnung, als es das wohl hätte tun sollen. Aber so war es nun mal. Rafe erhob sich ebenfalls. »Danke.« »So, und jetzt hau ab!« Der Ordenskrieger der alten Riege entließ ihn mit finsterer Miene und deutete auf die Tür. »Geh und sieh nach, ob mit deiner Frau alles in Ordnung ist. Sei bereit, dich mit mir in einer Stunde im Besprechungsraum zu treffen.« »Jawohl.« Davony konnte nicht aufhören, Tavia anzustarren. Tavia Chase war atemberaubend schön. Groß und elegant strahlte sie in ihrem schwarzen Outfit aus maßgeschneiderter Hose und einem weichfallenden Pullover ein ruhiges Selbstvertrauen aus, das Davony sofort entspannte. Ihr klassisch schönes Antlitz mit hohen Wangenknochen, glatter weicher Haut und einem umwerfenden Mund wurde von vollem karamellfarbenem Haar eingerahmt. Carys hatte viel von ihrer Mutter und ihrer bemerkenswerten Schönheit geerbt, doch wo Tavia ruhige Stärke ausstrahlte, vibrierte ihre Tochter förmlich vor wilder, magnetisierender Energie. Aus vielen Gründen war Davony von den beiden Tagwandlerinnen beeindruckt, und dies ganz gewiss auch, weil sie tatsächlich mit ihr verwandt waren. Nachdem sie sich einander in der Empfangshalle vorgestellt hatten, war Davony von den beiden Frauen in entzückende Räumlichkeiten in einem ruhigen Teil des Hauses geführt worden. Jetzt saßen sie im gemütlichen Sitzbereich eines Gästezimmers. Davony hatte in einem riesigen Sessel Platz genommen, während Tavia und Carys ihr gegenüber auf einem mit Seide bezogenen Sofa saßen. »Und du bist dir sicher, dass es dir jetzt gut geht?« fragte Tavia mit sanfter Stimme. »Ich kann nur erahnen, wie du dich nach den ausgestandenen Qualen fühlen musst.« Davony hatte ihnen von dem Anschlag auf ihr Haus erzählt. Doch selbst nachdem sie den beiden Frauen versichert hatte, dass es ihr gut ging, schienen diese immer noch besorgt, um sie zu sein. Sie versuchten ihr, alles so angenehm wie möglich zu machen, indem sie ihr Essen und Trinken anboten und das komfortable Gästezimmer zur Verfügung stellten. Carys hatte ihr sogar Anziehsachen zum Schlafen und Kleidung zum Wechseln aus ihrem eigenen Kleiderschrank gebracht. Der seidene Morgenmantel und der Pyjama stellten eine ebenso große Versuchung dar, wie die riesige Badewanne im angrenzenden Bad. Aber es fiel ihr schwer an die eigene Bequemlichkeit zu denken, da sie wusste, dass Rave irgendwo im Haus gerade von einem anderen Chase, einem der ehrfurchtgebietendsten Krieger des Ordens, zur Rede gestellt wurde. Von Sterling Chase, seinem früheren Commander. »Ich kann gar nicht glauben, dass du immer direkt hier vor unserer Nase in Boston gelebt hast«, sagte Carys. Sie hatte Davony, nachdem sie sich alle gesetzt hatten, eingehend gemustert. »Wie habt ihr, du und Rave, euch kennengelernt?« »Das ist, äh, eine ziemlich lange Geschichte.« »Die wir uns für eine andere Gelegenheit vorbehalten«, sagte Tavia. »Ich bin sicher, Davony würde sich jetzt gerne ein bisschen ausruhen.« Carys sagte enttäuscht in sich zusammen. »Okay, dann warte ich halt. Tut mir leid, dass ich dich bedrängt habe, aber ich will dir so viele Fragen stellen.« Davony konnte ihre eigenen Neugier ebenfalls kaum verbergen. Es gab so viel, was sie die beiden Frauen fragen wollte, so viel, was sie über deren Leben wissen wollte. Aber sie war nicht für ein Plauderstündchen hergekommen. Sie wusste noch nicht einmal, ob man Rave und ihr erlauben würde, zu bleiben. »Ich hätte nichts dagegen, Carys.« »Schön. Du wirst sogar die Gelegenheit haben, meinen Bruder Eric kennenzulernen. Er und seine Gefährtin Kaya sind gerade hier in Boston. Normalerweise leben sie in Montreal,« sagte sie, und ihre blauen Augen funkelten dabei. »Sie sind mit ein paar anderen Tagwandlern hier, die sich dem Orden im Rahmen einer Spezialeinheit angeschlossen haben. Man muss sie alle kennenlernen.« Tavia räusperte sich leise. Es war mehr als wahrscheinlich, dass sie ihre Tochter daran hindern wollte, Ordensangelegenheiten gegenüber einer Fremden auszuplaudern. Sie erhob sich und bedeutete, Carys sich ihr anzuschließen. »Bitte, fühl dich wie zu Hause, Davony. Entspann dich jetzt erst einmal. Wenn du irgendetwas brauchst, nimm es dir einfach.« Davony begleitete die beiden zur Tür. Carys trat mit einem strahlenden Lächeln in den Flur und winkte freundlich. Doch Tavia blieb stehen. Sie umarmte Davony kurz. »Ich weiß, es sind furchtbare Umstände, unter denen wir uns kennengelernt haben, aber ich bin froh, dass du hier bist.« Ihre Finger waren kühl und sanft, als sie Davony ein paar Haare aus dem Gesicht strich. »Es tut mir nur leid, dass ich nie die Gelegenheit hatte, deine Mutter kennenzulernen. Meine Schwester. Ich bin mir sicher, sie war eine ganz besondere Frau.« »Das war sie«, sagte Davony. »Sie war die tapferste Frau, die ich je kennengelernt habe.« Tavia nickte. »Ich habe das Gefühl, sie würde das Gleiche über dich sagen. Wäre sie jetzt hier.« Davony schluckte, als ihre Kehle sich vor Rührung über diese Bemerkung zuschnürte, so unberechtigt diese auch sein mochte. Denn sie war nicht tapfer. Sie war wütend. Sie war verletzt. Sie wollte Schmerz zufügen, und zwar nicht mehr nur als Vergeltung für das, was ihrer Familie angetan worden war, sondern weil sie Rafe fast verloren hätte. Und falls Opus dachte, man könnte sie einschüchtern, indem man ihr Haus abfackelte, dann waren diese Verbrecher einer Täuschung erlegen. Denn durch diese Aktion hatten sie ihr Verlangen nach Rache nur noch mehr angeheizt, sodass sie jetzt noch unbeirrbarer, noch entschlossener war. Und jetzt hatte sie einen Partner in diesem Kampf. Auch wenn es nur sie beide gegen den Rest der Welt hieße, selbst gegen den Orden, falls es so weit käme, war sie bereit für diesen Kampf. Sie war zu allem bereit, solange nur Rafe an ihrer Seite war. Tavia riss sie aus ihren grimmigen Gedanken, als sie sich vorbeugte und ihr einen Kuss auf die Wange gab. »Wir werden Zeit haben, uns ein bisschen mehr zu unterhalten, wenn du Gelegenheit hattest, dich einzurichten.« Davini brachte ein leichtes Lächeln zustande. »Das hoffe ich sehr.« Sie schloss die Tür hinter den beiden Frauen und merkte erst jetzt, wie erschöpft sie tatsächlich war. Außerdem roch sie fürchterlich. Tod und Gewalt, alles, was sie und Rafe in der Stadt erlebt hatten, klebten an der Jacke, Rollkragenpullover und Jeans. Ein Bad und frische Sachen zum Anziehen stellten mehr als nur eine Versuchung dar. Sie waren eine Notwendigkeit. Sie drehte den Hahn der großen Badewanne auf und wechselte von ihren Sachen in den Morgenmantel aus weißer Seide, den Carys ihr gegeben hatte. Der kühle, schimmernde Stoff fühlte sich himmlisch auf ihrer nackten Haut an. Während sich die Wanne langsam mit warmem Wasser füllte, ging sie all die großen Flaschen mit Badeöl durch und entschied sich für einen riesigen Vanilleschaum, der so gut duftete, dass man fast davon essen wollte. Im Zimmer wurde leise an die Tür geklopft. Sie eilte hin und rechnete damit, dass Carys oder Tavia vor der Tür stehen würden. »Rafe?« Sie warf sich ihm an den Hals. Sie hätte sich das noch nicht einmal dann verkneifen können, hätte ihr Leben davon abgehangen. Mit ihr im Arm trat Rafe in den Raum, schloss die Tür hinter sich und verriegelte sie zusätzlich mit einem mentalen Befehl. Sie waren kaum mehr als eine Stunde voneinander getrennt gewesen, seit sie hier angekommen waren, aber für sie fühlte es sich wie eine Ewigkeit an. Nach allem, was sie beide während der Nacht durchgemacht hatten, wollte sie nie wieder von ihm getrennt sein. »Ich habe mir Sorgen gemacht,« flüsterte sie an seinen Lippen. »Wie ist es gelaufen?« »Ich komme damit klar.« Er zuckte mit den Achseln und tat ihre Bedenken ab, während er sie weiter küsste. »Du siehst toll in diesem Teil aus.« »Unterduftes nach Vanille.« Karis hat mir ein paar Sachen von sich geliehen. Ich wollte gerade ein Bad nehmen. Ihre Worte gingen im leidenschaftlichen Ansturm seiner Lippen fast unter. »Ich habe das Gefühl, als hätte ich dich tagelang nicht gesehen.« Er hob ihr Kinn an, um ihr ins Gesicht zu sehen, und es lag ein gequälter und gleichzeitig staunender Ausdruck in seinen blauen Augen. »Hast du überhaupt eine Ahnung, wie stark das Gefühl ist, dich jetzt in den Arm zu halten?« Atemlos vor Verlangen schüttelte sie den Kopf. »Zeig es mir!« Er runzelte die Stirn. »Ich bin völlig verdreckt. Allmächtiger. Ich stinke wie der Tod persönlich.« »Sehe ich so aus, als würde mich das stören?« Sie zog ihn zu sich herunter, um ihn zu küssen. Ihre Finger schoben sich in sein Haar, während ihre Zunge seine suchte. Ihr heißer Atem wurde zu einem, und ihre Leiber pressten sich von seinen starken Armen gehalten aneinander. Devaney wimmerte, überwältigt von der Woge an Emotionen, die über sie hinweg spülte, als Rafe sie bis zur Besinnungslosigkeit küsste. Sie konnte sich ihre Sehnsucht nach ihm nicht erklären. Irgendwie hatte sich der Moment, in dem sie ihn in der offenen Tür stehen sah, so zerbrechlich angefühlt. Wie eine Illusion, die sich im nächsten Atemzug auflösen könnte. Vielleicht lag es am Chaos der letzten Stunden, dass sie sich so verletzlich fühlte. So viele Tote, so viel Bosheit und Gewalt. Und dann war allen, mit einer brutalen Demonstration, was es bedeutete, sich Opus Nostrum zum Feind zu machen, die Krone aufgesetzt worden, indem man auch noch ihr Zuhause in Brand gesteckt hatte. Das Schlimmste aber war die Erkenntnis, dass heute Abend nur Minuten gefehlt hatten und ihr Rafe für immer genommen worden wäre, wenn das flüssige UV sein Werk vollbracht hätte. Der Himmel stehe ihr bei, doch sie würde dieses entsetzliche Gefühl, solange sie lebte, nicht vergessen. Sie litt immer noch Qualen deswegen, und eine tiefschwarze Woge der Furcht kam in ihr hoch. Hey. Rafe löste sich von ihr und sah sie mit zusammengezogenen Augenbrauen an. Kurz schüttelte er den Kopf. Denk nicht an das, was heute Nacht passiert ist. Er wusste, in was für ein tiefes Loch sie gerade fiel. Natürlich wusste er es. Er konnte alle ihre Empfindungen durch das Blut spüren, das sie ihm geschenkt hatte. Von jetzt an würde das immer so sein. Hey. Schau mich an. Er streichelte ihre Stirn, ihre Wange, ihre Lippen. Glühende Funken tanzten in seinen Augen. Ich bin hier. Du bist in Sicherheit, Ebony. Solange ich atme, wird dir nichts passieren. Das verspreche ich dir. Heute Nacht sind wir zusammen. Deinetwegen. Rafe? Sein Name kam als leises Seufzen zwischen Zähnen und hervortretenden Fängen heraus. Dieser zittrige Atemzug wurde zu einem Stöhnen, als er seinen Mund wieder auf ihren senkte. Alle Ängste und Sorgen zerstoben in der Leidenschaft seines Kusses. Aber wenn sonst ihr Verlangen nacheinander so häufig explodierte, waren da heute Nacht nur innige Zärtlichkeit und tiefes Begehren. Mit einem rauen Stöhnen löste er sich von ihren Lippen, um mit seinem Mund an ihrem Kiefer entlang und über die empfindsame Haut ihres Halses zu fahren. Deinet stockte der Atem und Erregung breitete sich in ihrem Schoß aus, die sich verwob, mit der übermächtigen Sehnsucht zu spüren, wie sich seine Fänge in ihr Fleisch bohrten. Er reagierte mit einem Knurren auf die heiße Lust ihres Verlangens. Verdammt, du bringst mich um. Ich kann alles spüren. Sie konnte nichts dagegen tun. Sie war nicht in der Lage, die Empfindungen zu zügeln, die er in ihr entfachte. Mit jeder Berührung seiner Zunge wurden sie stärker, jedes Mal, wenn er mit seinen scharfen Fängen über ihre Haut strich. Jede Liebkosung seiner Hände an ihrem mit seidebedeckten nackten Körper ließ Flammenzungen durch sie hindurchschießen. Allmächtiger, Devaney, du bist so herrlich, du bist so wunderschön. Er öffnete den Morgenmantel und seine Hände glitten zu ihren Brüsten. Erst knetete und streichelte er sie, dann drückte er die harten Spitzen, ehe seine Hand zu ihrem Bauch fuhr und seine Zunge gleichzeitig in ihren Mund eindrang. Sie wandte sich angesichts des sinnlichen Angriffs und verlangen, er fasste sie mit aller Macht, um sich heiß und nass in ihrem Schoß zu sammeln. Und dann berührte er sie dort. Seine Finger drangen in sie ein, tauchten in ihren Honigtau, sodass das Hämmern ihres Pulses zu einem lauten Dröhnen wurde. Sie atmete keuchend ein, als er das Zentrum ihrer Lust und das empfindsame Fleisch drumherum berührte. Als er einen Schritt zurückwich, konnte sie das protestierende Stöhnen nicht unterdrücken. »Ich wünschte, du könntest dich jetzt so sehen wie ich,« ächzte er. Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, während das Feuer seiner glühenden Augen jeden Zentimeter von ihr verschlang. Überall, wo sein bernsteinfarbener Blick sie traf, brannte sie. Es schwelgte in ihrem Anblick, als hätte er die ganze Nacht um jeden einzelnen Zentimeter von ihr zu genießen. Gott stehe ihr bei. Aber das würde sie nicht aushalten. Sie machte einen Schritt auf ihn zu, aber er schüttelte mit einem verruchten Lächeln auf seinen verführerischen Gesicht den Kopf. Ungeduldig streifte er sein T-Shirt ab und warf es zur Seite. Von den Verbrennungen war jetzt nichts mehr zu sehen. Auf seiner muskulösen Brust und über den Wölbungen seines festen Bauchs wandten sich seine Glüfen in den satten Farben des Verlangens. Hinter dem Reißverschluss seiner schwarzen Jeans war die große Wölbung seiner Leidenschaft zu erkennen. Devenys Blick brannte noch heißer, als sie ihn betrachtete. Verlangendisch strömte sie zusammen mit einem immer stärker werdenden Gefühl. Er gehörte ihr. Mein. Sie wusste nicht, ob sie das Wort laut ausgesprochen oder es nur gedacht hatte. Aber wie auch immer, es war in ihrem Blut. Es strömte pochend durch ihre Adern und erfasste all ihre Sinne, während er wieder ganz dicht vor sie trat und ihr Gesicht in seine starke Hände nahm. »Ja«, sagte er, und sein flammender Blick tauchte tief in ihre Augen ein. »Mein.« Er küßte sie, bis sie keine Luft mehr bekam und in seinen Armen zitterte. Dann ging er langsam vor ihr in die Knie. Er schob ihre Schenkel auseinander und ließ seinen Daumen über ihren Schoß streichen. Der feste Knoten zwischen ihren Beinen war angeschwollen und sehnte sich nach seiner Berührung. Als er mit den Fingern daran rieb, wäre sie beinahe auf der Stelle gekommen. Ein leises Schnurren kam tief aus seiner Kehle, als sie die Lippen auf sie drückte. »Dein Duft berauscht mich«, sagte er mit rauer Stimme, und sein heißer Atem strich über ihr empfindsames Fleisch. »Und ich weiß bereits, wie süß du schmeckst.« Er senkte den Kopf zwischen ihre Beine, sein Mund schloss sich über ihr, und seine Zunge tauchte in ihren Schoß ein. Sie schrie auf, als er an der festen Perle saugte. Die sengende, intensive Lust entriss ihr ein Stöhnen, das ganz tief aus ihr herauskam. Und Rave war erbarmungslos. Sein Mund kannte keine Gnade. Sie war nicht in der Lage, der Woge der Erlösung Einhalt zu gebieten, die über ihr zusammenschlug. Sie zerbrach an seiner Zunge. Ein Sturm nach dem anderen erschütterte sie, während er sie weiter fest an seinen Mund drückte und auch das letzte bebende Keuchen aus ihrem Körper holte. Sie sackte, nach vorn, als das Zittern langsam weniger wurde. »Du hättest mich warnen sollen, dass du das vorhattest,« raunte sie atemlos, als er wieder hochkam. »Ich lasse mir gerade ein Bad einlaufen. Ich sollte den Hahn zudrehen, ehe die Wanne überläuft.« Rave grinste. »Ich habe eine bessere Idee.« Er nahm sie auf den Arm und trug sie ins Badezimmer. »Ich «. Duftender Schaum füllte die riesige Wanne. Doch das nach Vanille und Rosen riechende Öl, das Devaney ins Wasser gegeben hatte, konnte nicht mit dem berauschenden Duft ihrer Erregung mithalten oder dem Geschmack ihrer Erlösung. Raves Adern reagierten mit einem noch schnelleren Pochen auf ihre Lust. Jede einzelne Zelle seines Körpers heilte von ihrem Höhepunkt wieder, so stark, als wäre es sein eigener gewesen. Himmel noch mal. Er hatte gehört, dass eine Blutsverbindung intensiv sein sollte, aber darauf war er nicht vorbereitet gewesen. Weder auf das damit einhergehende sinnliche Vergnügen, noch auf das Gefühl der Verbundenheit, diese intensive Zusammengehörigkeit. Er war nicht auf Devaney Winters vorbereitet gewesen und schon gar nicht auf ihr Blut. Rave setzte ihre nackten Füße auf den kühlen Fliesen des Badezimmers ab. Eigentlich wollte er schnell aus Jeans und Stiefeln steigen, damit sie da weitermachen konnten, wo sie aufgehört hatten, aber ihre Hände waren schon da und zerrten seinen Reißverschluss nach unten. Er stand kurz davor zu explodieren, als sie ihn aus seiner Hose befreite und das steife Fleisch in beide Hände nahm. Seine eigenen Hände zitterten, als er Jeans und Boxershorts nach unten schob. Ihre Zunge berührte sein Fleisch und er atmete zischend ein. »Oh, Allmächtiger!« Sie führte ihn zur Badewanne und hielt ihn dabei mit liebkosenden Händen fest. Sie setzte sich vor ihm auf den breiten Marmorrand, sodass sie genau auf der richtigen Höhe war, um ihn tief in den Mund zu nehmen. Und das tat sie. Gütiger Himmel! Sie nahm so viel von ihm, dass sich hinter seinen geschlossenen Augenlidern alles zu drehen begann. Ächzend packte er ihr Haar und wand die seidigen Flechten um seine Faust. Ihre Fänge kratzten über seine zarte Haut, zwar nicht fest genug, um die Oberfläche aufzuritzen, doch es reichte, um ihn mit der sinnlichen Berührung der Spitzen und der samtigen Nässe ihrer Zunge in den Wahnsinn zu treiben. Bei diesem Tempo würde er nicht lange durchhalten. Und er wollte nicht, dass es heute Nacht um seine Lust ging. Diese Nacht sollte nur für sie bestimmt sein. Als Trost für alles, was sie am Abend mit ihm durchgemacht hatte. Als Schwur für all das Schöne, das er ihr geben wollte. Und vor allem als Entschuldigung für die Ehrlichkeit, die er ihr von Anfang an vorenthalten hatte, weil er der Pflicht ergeben war, obwohl sein Herz ihr gehörte. Komm her, knurrte er, zog sie an sich und hob sie dabei vom Rand der großen Wanne. Sie sah mit einem verführerischen Lächeln zu ihm auf. Umgekehrt ist nur gerecht, nicht heute Nacht. Er gab ihr einen innigen langsamen Kuss und sein Geschmack auf ihren Lippen ließ seine Lust wie einen Stromschlag nach oben schnellen. Er führte sie in die Wanne und ließ sich mit ihr auf dem Schoß, mit ihr zugewandtem Gesicht ins warme Wasser sinken. Du bist so schön, Derni. Er beugte sich vor und küsste sie, wobei er sich Zeit ließ, jede Nuance ihres süßen Mundes zu erkunden. Er legte eine Hand an ihr Gesicht, während er mit der anderen ihre weiche Haut streichelte. Ihre Glyphen fühlten sich unter seinen Fingerspitzen heiß und lebendig an. Er ergab sich einer gemächlichen Erforschung aller Ranken und Windungen. So weich. Ihre Brust füllte seine Hand und die straffe Spitze trat hervor, als er sie mit Daumen und Zeigefinger gerade genug drehte, um Deverny einen leidenschaftlichen, erstickten Schrei zu entlocken. Ihr Rücken wölbte sich, sodass sie ihm einladend entgegenkam. Er beugte sich vor, damit er all die Stellen küssen konnte, wo eben noch seine Hand gewesen war, um die rosigen Spitzen beider Brüste zu necken, während seine Hände jetzt ins Wasser tauchten, um sie zwischen den Beinen zu streicheln. Rafe kannte keine Hemmungen, nicht mit ihr. Sie weckte eine so große Sehnsucht in ihm, eine Sehnsucht nach Dingen, die er nicht verdiente, Dinge, die er noch nicht einmal zu denken wagte. Wie, noch einmal von ihrem heißen Blut zu kosten. Das erste Mal war eine reine Notwendigkeit gewesen. Jetzt wollte er mehr. Der Himmel stehe ihm bei. Doch er wollte alles von ihr. Aber hier ging es jetzt nicht ums Nehmen. Er wollte geben. Er wollte ihr alles geben, was sie unter Umständen wollte, brauchte oder begehrte. Und das nicht nur heute Nacht. Das hätte ihm eigentlich eine Todesangst einjagen müssen. Aber das tat es nicht. Nein, weit gefehlt. Er schob seine Hände unter ihren Po und zog sie noch näher zu sich. Sein Glied ragte steif aus dem Wasser und dem lockeren Schaum. Er hob sie hoch und gemeinsam brachten sie ihren Körper in die richtige Position. Oh, seufzte sie und hielt sich an seinen Schultern fest, während er in sie eindrang. Das ist so gut. Rafe brachte noch weniger Worte heraus als sie, und er konnte sein ersticktes Stöhnen nicht zurückhalten, als sie sich Zentimeter für Zentimeter, immer weiter nach unten sinken ließ. Ihr Schoß umhüllte ihn, und die kleinen Muskeln in ihrem Inneren erbebten mit leisen Zuckungen, während ihr Fleisch sich an seine Größe anpasste. Devaney hob langsam die Lider, sodass das helle Lodern ihrer Augen sichtbar wurde. Fühlt es sich für dich auch so perfekt an? Messer. Ein Knurren stieg angesichts ihres hungrigen Blicks aus den Tiefen seiner Kehle empor. Er packte ihren Hintern fester und gab das Tempo vor, als sie sich auf ihm zu bewegen begann. Er spürte, wie sich ihre Lust bei jeder langen, harten Bewegung zusammenzog und wieder entspannte. Er konnte nicht nah genug an sie heran, nicht einmal, wenn er ganz in ihr versank und ihre Becken sich berührten. Sie stöhnte, als das Tempo schneller wurde. Rafe hielt sie mit den Händen fest, und seine Arme übernahmen die meiste Arbeit für sie beide, während sie sich auf ihm bewegte. Ihr Höhepunkt kam immer näher und spornte ihn an, noch schneller zu werden. Lava strömte durch seine Adern. Er konnte es nicht zurückhalten. Davonys Erlösung kam im selben Moment wie seine. Sie krachten zusammen und lösten sich dann in heißen Strömen auf. Er hob den Kopf, um zu beobachten, wie sie kam, und stellte fest, dass sie ihn anschaute. Ihr feuriger Blick war auf seine Kehle gerichtet, und ihre spitzen Fänge glitzerten, als sie unter ihrem gewaltigen Höhepunkt erbebte. Er würde von diesem Anblick, wenn sie sich ihm in ihrer ganzen Wahrhaftigkeit zeigte, nie genug bekommen, wenn sie sich ihm mit aller Leidenschaft hingab. Doch der glühende Ausdruck in ihrem von Lust erfüllten Blick war etwas anderes. Er sah Hunger, er sah Blutdurst. Er spürte die gefährliche Intensität ihres Verlangens. Er spürte die erstaunliche Größe ihrer Liebe zu ihm. Es war eine Enthüllung, die ihn mit der vollen Wucht eines heranrasenden Güterzuges traf. Er starrte sie mit finsterer Miene an, weil er spürte, dass ihre zärtliche Zuneigung untrennbar mit ihrer heißen Sehnsucht nach der Verbindung mit ihm einherging. Sie nickte und ein trauriges Lächeln zuckte um ihre Lippen. Es stimmt. Ich habe mich in dich verliebt, Rafe. Es hat keinen Sinn, es leugnen zu wollen, denn ich weiß, dass du es fühlen kannst. Er schloss einen Moment lang die Augen und schüttelte den Kopf. Das solltest du nicht. Seine eigene Erregung zog sich noch fester zusammen. Die Verletzlichkeit, die sie ihm gegenüber zeigte, ließ ihn machtlos werden. Nicht, dass er überhaupt viele Vorbehalte gehabt hätte, wenn es um diese außergewöhnliche Frau ging. Daphne Winters besaß ihn, und der Mann in ihm, der Stammesvampir, reagierte in wildem Verlangen, sie in jeder Weise zu besitzen. Er stürzte sich mit einem harten Kuss auf ihren Mund. »Verdammt!« zischend wich er zurück. Er hob eine Hand an seinen Mund, und als er die Finger wieder wegzog, waren sie mit Blut befleckt. »Allmächtiger! Daphne!« Sie hatte ihn in die Lippe gebissen, und jetzt sah sie ihn völlig ungerührt und ohne Reue an. Eine Warnung flackerte in ihren Augen. Er wusste, dass er sie beherzigen sollte. Er sollte das jetzt beenden. Er sollte den Raum verlassen, ehe sie zu weit gingen. Aber dafür war es viel zu spät. Das, was da zwischen ihnen schwelte, konnte nicht ungeschehen gemacht werden, selbst wenn es keine Blutsverbindung gegeben hätte, die sie für den Rest ihrer beider Leben aneinander fesselte. Rafe wusste das, und ihr war es auch klar. Er konnte nicht so tun, als würde er Daphneys Wissen nicht spüren, da es doch mit jedem donnernden Herzschlag durch seine Adern floss. Er wusste, dass er der Stärkere sein sollte. Wenn schon nicht für sich selbst und seine Zukunft beim Orden, dann doch für sie. Aber heute Nacht sollte es nur um sie gehen. Sie sollte Wohlbehagen und Lust finden. Er wollte ihr alles geben, was sie brauchte, um eine schreckliche Nacht und das Entsetzliche, das ihr zu nahe gekommen war, zu überwinden. Er war heute Nacht zu ihr gekommen, um ihr alles zu geben. Und was sie jetzt anscheinend am meisten wollte, war das eine, das er auch wollte, selbstsüchtig und nicht zu leugnen. »Komm her«, sagte er mit rauer Stimme. Er nahm ihr wunderschönes Gesicht in beide Hände und küsste sie wieder. Er war nicht in der Lage zu widerstehen. Er war nicht in der Lage, ihr irgendetwas zu verwehren. Und als sich ihr Mund von seinem löste, um zu seinem Hals zu gleiten, schaffte er es gerade mal, ein ersticktes Knurren von sich zu geben, als ihre Lippen sich auf seine Halsschlagader legten und die Spitzen ihrer Fänge in seine Haut eindrangen. Sein Körper bäumte sich auf und ein lauter Fluch kam über seine Lippen. Die Hitze ihres Mundes an seiner Ader, ihre hungrig saugende Zunge waren das Sinnlichste, was er je erlebt hatte. Sein Glied reagierte sofort und richtete sich in ihr wieder auf. Er bewegte sich unter ihr und war nicht in der Lage, seine Hüften davon abzuhalten, im gleichen Rhythmus zuzustoßen, mit dem sie gierig an ihm saugte. Sie stöhnte, und ihr Rücken wölbte sich. Ihr Schoß umschloss ihn wie eine Faust. Sie kam ihm kraftvoll entgegen, denn sein Blut befeuerte jetzt eine noch viel größere Lust in beiden, eine Lust, die befriedigt werden musste. Davinys Erregung dröhnte donnernd durch die neu geknüpfte Blutsverbindung und war stärker denn je. Ihre Liebe strömte auch in ihn, hell, leidenschaftlich und mächtig. Ihr Vertrauen brannte in ihm. So gern er auch ein Leben mit ihr wollte, konnte er so etwas doch nicht versprechen, denn seine Zukunft gehörte dem Orden, und seine Gegenwart hatte Opus Nostrum noch im Würgegriff. Sollten seine Feinde je erfahren, wie groß seine Schwäche hinsichtlich Devaney war, würden sie dieses Wissen bestimmt gegen ihn verwenden. Daran hegte er keinerlei Zweifel. Und wenn ihr seinetwegen irgendetwas passieren sollte, Schuldgefühle packten ihn bei diesem Gedanken. Himmel, das hier war ein Fehler. Genug, stieß er hervor. Als er nicht sofort aufhörte, gab er einen gepressten Fluch von sich. Es reicht. Sie leckte über die beiden kleinen Wunden, um sie zu verschließen. Ray, habe ich. Sie atmete zögernd ein, während sie sich weiter an seinen Hals kuschelte. Es tut mir leid. Angesichts des unsicheren Klangs ihrer Stimme und ihrer Entschuldigung knurrte er. Nein, sagte er, und strich ihr übers Haar. Shit, es ist nichts. Es ist nichts, was du falsch gemacht hättest. Glaub das ja nicht. Warum habe ich dann das Gefühl, als wäre es so? Sie lehnte sich zurück und sah ihn verwirrt an. Auch Schmerz stand in ihren noch glühenden Blick. Er konnte den weitwunden Ausdruck in ihren Augen kaum ertragen. Verdammt! Ein erbärmlicher Teil von ihm wollte nichts lieber, als aus der Wanne zu steigen und zu flüchten, ehe er ihr noch mehr wehtat. Aber immer noch raste Verlangen, heiß und unbeherrscht durch ihre Adern. Er konnte jetzt auch noch Ablehnung zu dem Bedauern hinzufügen, das er bereits hervorgerufen hatte. Sie wehrte sich nicht, als er sie an sich zog und seinen Mund auf ihren legte. Die Blutsverbindung hatte ihre Fesseln um beide geschlungen. Rafe küsste sie langsam und innig. Ihr Verlangen entfaltete sich schnell und geriet außer Kontrolle. Der gequälte Laut, den sie von sich gab, brachte ihn fast um. Mit einem groben Fluch drehte er sie um, sodass sie im Wasser kniete, als er sie von hinten nahm. Er konnte ihr nicht in die Augen schauen, während das Bedauern kalte Klauen in ihn schlug. Aber er konnte ihr Lust schenken. Schier überwältigt von der Intensität ihrer Verbindung, kam sie ihm bei jedem Stoß entgegen. Denn das war die Ironie des Ganzen. Egal für wie unwürdig er sich hielt, ließ sich ihre Verbindung doch nicht leugnen. Als Devaney einen Moment später einen Schrei ausstieß und unter der Heftigkeit ihres Höhepunkts zuckte, zog er sie an sich und folgte ihr mitten ins Feuer. Er fühlte sich wie der schlimmste Feigling, dass er Devaney mit einem Kopf voller Zweifel und einem Herzen voller Schmerz im Gästezimmer alleine ließ. Der Vorwand, dass er von Sterling Chase zu einem Treffen erwartet wurde, stimmte zwar, doch es fühlte sich trotzdem wie eine fürchterliche Lüge an, als sie die Tür des Gästezimmers hinter sich schloss und das Gebäude auf dem Weg zum Besprechungsraum durchquerte. Sie hatte ihn nicht gedrängt, zu erklären, warum er so abrupt zurückgewichen war, nachdem sie von ihm getrunken hatte. Daher wusste er, wie tief er sie verletzt hatte. Die Frau, die er vor ein paar Tagen kennengelernt hatte, hätte ihn sofort zur Rede gestellt. Sie hätte nicht gezögert, sich mit ihm anzulegen und furchtlos verlangt, dass er eine Erklärung abgab. Heute Nacht hatte sie sich widerspruchslos zurückgezogen, denn sie hatte Angst gehabt vor dem, was er vielleicht sagen würde. Das brauchte sie nicht auszusprechen. Er spürte über die Blutsverbindung ihre Angst. Angst, die er ausgelöst hatte, weil er die Pflicht über sein Herz stellte. Nein, schlimmer noch, weil er die Pflicht über ihr Herz stellte. Rafe ging den langen Flur des weitläufigen Wohntracks hinunter. Seine Schritte wurden ohne sein Zutun langsamer, als er das Zimmer erreichte, das er bis vor ein paar Wochen bewohnt hatte. Er wusste nicht, warum er sich veranlasst, da hineinzugehen. Es würde ihm erst dann wieder gehören, wenn der Einsatz offiziell beendet war. Vielleicht aber noch nicht einmal dann, denn er hatte vor, seinen Dienst heute zu quittieren. Er fühlte sich immer noch verpflichtet, Opus Nostrum zu vernichten. Das würde sich erst ändern, wenn er es geschafft hatte oder wenn er den letzten Atemzug tat. Aber wenn der Orden wollte, dass er dieses Ziel als Ordenskrieger erreichte, würde er Davony alles erzählen, mit oder ohne den Segen des Ordens. Und er würde Chase und Lucan jetzt sofort darüber in Kenntnis setzen. Er zog es allerdings vor, dies nicht mit einer Kleidung zu tun, die mit Blut und Tod besudelt war. Nach dem Bad mit Davony schien es fast ein Frevel, die Sachen wieder anzuziehen. Deshalb war er froh, festzustellen, dass sein Kleiderschrank immer noch mit seinen Anziehsachen gefüllt war, sowohl Alltagskleidung als auch Kampfmonturen, genau so wie er alles zurückgelassen hatte. Er schlüpfte in eine schlichte Jeans und ein schwarzes T-Shirt, um dann in ein paar schwarze Lederstiefel zu steigen und sie zuzuschnüren. Als er damit fertig war, stand er auf, um zu gehen, stellte aber fest, dass Tavia Chase in der offenen Tür stand. Du hast mein Zimmer so gelassen, wie es war? Die Gefährtin seines Kommanders lächelte. Natürlich habe ich das. Ich habe damit gerechnet, dass du irgendwann zurückkehren würdest. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Tavia hatte von Anfang an gewusst, dass seine Verbannung nur Teil der ganzen Operation gewesen war. Aber jetzt sprach sie nicht von seiner Rückkehr, von dem Einsatz, sondern darüber, ob er je zurückkommen würde. Und er schien ihr nichts anderes sagen zu können. Davony ist eine ganz besondere junge Frau, meinte sie. Das sehe ich auf den ersten Blick. Und ich sehe auch, warum du sie so liebst. Ray verzog das Gesicht, zu einer finsteren Miene, war aber nicht in der Lage, es zu leugnen. Tavia war sowieso zu scharfsinnig, um sich etwas anderes einreden zu lassen. Von Kindheit an war er im Orden aufgewachsen. Die älteren Krieger und ihre Gefährtinnen waren seine Familie. Seine Kameraden standen ihm näher, als ein Bruder es je sein könnte. Was Tavia anging, war diese eine anerkannte Strategin und ein wertvolles Mitglied des Ordensteams, wie fast alle Gefährtinnen der Krieger. Was Ray jetzt brauchte, war eine Vertraute. Ich habe letzte Nacht ihr Blut getrunken. Ich war verletzt. Sie hat mir geholfen. Er senkte den Kopf und stieß einen unterdrückten Fluch aus. Denn in einem Moment der Schwäche, ihr Blut zu nehmen, war schon egoistisch genug gewesen. Aber dann war er hingegangen und hatte es noch schlimmer gemacht. Und vorhin habe ich sie von meinem Blut trinken lassen. Wir sind blutsverbunden, Tavia. Herzlichen Glückwunsch. Nein, erschüttelte den Kopf. Nein, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe es vermasselt. Wir sind aufgrund einer Lüge zusammen. Weil ich im Einsatz war und sie Vorteile mitbrachte, die ich für uns gewinnen musste. Dann bin ich hinter ihre Geheimnisse gekommen und habe sie ausgenutzt. Ich ließ sie glauben, sie konnte mir vertrauen. Willst du damit sagen, dass sie das nicht kann? Nein, das ist es nicht. Ich würde alles für sie tun. Ich würde mein Leben für sie hingeben. Tavia sah ihn mit ihrem sanften Blick fest an. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Nachdem, was in Montreal passiert war, hatte ich mir geschworen, dass ich so etwas nie wieder zulassen würde. Ich wollte mir nie wieder trauen, das zu glauben, was ich zu fühlen meine, weil es vielleicht nicht echt ist. Ich wollte nie wieder in dieser Form geblendet werden. Du bist reingelegt worden, Rafe. Tavia schüttelte den Kopf. Diese Spionin von Opus hätte jeden auswählen können. Und nach dem, was ich heute Abend von Devaney gesehen habe, schätze ich mal, dass sie komplett anders ist. Das weiß ich. Es ist nicht Devaney, an der ich zweifle. Woran denn dann? Hieran. Er drückte die rechte Faust an seine Brust. Die Stelle, die sich so anfühlte, als hätte sich dort ein Loch geöffnet. Es war noch schlimmer geworden, nachdem er Devaney erlaubt hatte, sein Blut zu trinken, während sie noch nicht Bescheid wusste, noch immer an ihn glaubte. War dieses Gefühl der Hilflosigkeit Liebe? Ich muss verrückt sein, nicht wahr? Ich muss wirklich durchgeknallt sein, dass ich so für Devaney empfinde, obwohl ich sie erst seit ein paar Tagen kenne. Tavia lächelte. Da musst du jemand anders als mich fragen. Du musst sogar weit über diese Stadt hinaus jemanden fragen. Ich glaube nicht, dass es jemanden unter diesem Dach oder in irgendeiner anderen Kommandozentrale auf der Welt gibt. Deine Eltern eingeschlossen, der mehr Zeit als ihr beiden gebraucht hat, um in seinem Herzen zu erkennen, dass er sein Gegenstück gefunden hat. So gerne er diesen Trost für sich in Anspruch genommen hätte, bedeutete es doch auch, dass er vieles würde erklären müssen. Er hatte vieles wieder gut zu machen. Er hoffte nur, dass Devaney ihm die Gelegenheit dazu geben würde. Als erstes musste er aber seinen Commander und Lucan darüber unterrichten, dass sie von nun an ihr genauso vertrauen müssten, wie er es tat. Als er sich auf den Weg zur Tür machte, streckte Tavia die Hand aus und strich ihn beruhigend über die bärtige Wange. Ich weiß, dass Sterling gerade nicht sonderlich gut auf dich zu sprechen ist. Aber ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du dich um meine Nichte kümmerst. Dass du sie liebst. Alles andere wird sich fügen. Du wirst schon sehen. Er war sich da nicht so sicher, nickte aber trotzdem. Sie begleitete ihn, als er sich auf den Weg zum Besprechungsraum machte. Er hatte angenommen, dass es ein Treffen mit Chase sein würde, zu dem Lucan und Gideon über Video vom Hauptquartier in DC zugeschaltet sein würden. Damit lag er zwar richtig, aber zusätzlich waren bis auf zwei Stühle am großen Konferenztisch alle Plätze belegt. Tavia trat in den Raum und nahm gleich den direkt neben dem Commander ein. Elijah und Jack saßen mit Nathan und Jordana auf der einen Seite von Chase. Der einzige leere Stuhl befand sich zwischen dem Commander und Raves Captain. Auf der anderen Seite von Chase hatte der Commander aus London, Matthias Rowan, Platz genommen. Seine schwangere Gefährtin Nova hatte er nicht mitgebracht, aber dafür Rune, der neben seiner Gefährtin Carys Chase saß. Auf den großen, im ganzen Raum verteilten Flachbildschirmen waren die Fotos, Anmerkungen und Daten zu sehen, die Rave gesammelt hatte, als er sich vor ein paar Nächten in Devonys Altbauvilla aufgehalten hatte. Wenn man bedachte, dass die Originale jetzt nur Häufchen Asche zwischen den Trümmern ihres Hauses waren, sollte er wohl dankbar sein, all die Informationen jetzt hier zu sehen. Aber stattdessen wurde sein Schuldgefühl, Devony vor ein paar Minuten im Gästezimmer alleingelassen zu haben, noch größer. Jede einzelne Information, die sie vertrauensvoll mit ihm geteilt hatte, fühlte sich nun, da er sich hier sah wie ein Verrat an, den er an ihr begangen hatte. Ihm wurde ganz übel bei dem Gedanken, und er bemerkte kaum, dass alle Gespräche verstummt waren, nachdem er eingetroffen war. Erwartungsvolle, aber undurchdringliche Minen musterten ihn von allen Seiten. Chase deutete auf den leeren Stuhl. »Komm rein und setz dich, Rave.« Er ging hinein. Die Stille im Raum umgab ihn wie ein Leichentuch. Als er sich hinsetzte, warf Nathan ihm einen grimmigen Seitenblick zu. Doch dann verzog ein Grinsen, das man bei ihm ganz selten sah, seinen strengen Mund. »Du Arschloch. Ist dir eigentlich klar, wie kurz ich an dem Abend im Museum davor stand, dich umzubringen?« Rave atmete tief durch und rückversicherte sich mit einem Blick bei seinem Commander. »Ich hab's ihm erzählt«, sagte Chase. Einige fingen an zu lachen, und ein paar derbe Scherze machten die Runde. Rave nahm alles hin. Er freute sich über die Seitenhiebe und die gut gelaunten Beleidigungen, die ihm an den Kopf geworfen wurden. Die Last der letzten Wochen, der Monate, die gefolgt waren, nachdem er wegen Montreal in Ungnade gefallen war, löste sich innerhalb von einigen Sekunden auf. Jax und Eli erhoben sich von ihren Stühlen und kamen grinsend und kopfschüttelnd auf ihn zu. Eli knuffte ihn gegen die Schulter. »Es ist echt eine Erleichterung, dass du doch nicht der völlig durchgeknallte Verrückte bist, für den ich dich gehalten habe.« »Sei dir da mal nicht so sicher«, scherzte Rave und lächelte seinen Teamkollegen an. Jax reichte ihm die Hand. »Willkommen zurück, Bro. Auch wenn ich dir immer noch am liebsten in den Hintern treten würde.« Rave bedachte ihn mit einem schiefen Grinsen. »Das würde ich mir gern ansehen, wie du das versuchst.« Karis und Rune kamen ebenfalls zu ihm. Der ernste frühere Käfigkämpfer, der jetzt Karis Gefährte war, gab Rave die Hand und schüttelte sie kräftig. Es ist kein Tag vergangen, an dem sie sich nicht deinetwegen Gedanken gemacht hätte. Rave sah Karis an, die sein ganzes Leben lang wie eine Schwester für ihn gewesen war. »Es tut mir leid. Ich durfte niemandem etwas sagen.« »Das ist mir egal«, sagte sie und umarmte ihn stürmisch. »Du bist wieder da, wo du hingehörst. Und nur das zählt für mich.« Matthias Rowan trat ebenfalls zu ihm. Der Londoner Commander gehörte seit zwanzig Jahren dem inneren Kreis des Ordens an, ein verlässlicher, immer ausgeglichener Verbündeter bei zahllosen Katastrophen und Schlachten. Jetzt lag ein ernster, fast väterlicher Ausdruck in seinen Augen. Zweifellos dachte der werdende Vater an seinen eigenen Sohn, der unterwegs war und sich eines Tages vielleicht wünschte, in seine Fußstapfen als Krieger des Ordens zu treten. Matthias legte eine Hand auf Raves Schulter. »Jace hat mir erzählt, was heute Abend im Lagerhaus passiert ist.« »Das mit dem flüssigen UV.« Er schüttelte mit einem leisen Fluch den Kopf. »Es ist wirklich schön, dich heute Nacht hier bei uns zu sehen, Rave.« »Das würde er nicht können, wäre Devaney nicht gewesen.« Das brauchte Rave mit Dias nicht zu sagen. Da Chase seinem guten Freund von Raves Verletzungen erzählt hatte, hatte er dem Londoner Commander sicherlich auch gesagt, dass das Blut einer Stammesvampirin ihm das Leben gerettet hatte. Devanys Blut. Die Blutsverbindung. Er wollte allen im Raum erzählen, was sie ihm bedeutete, aber das Durcheinander von laut geführten Unterhaltungen endete abrupt, als Chase Handy anfing zu klingeln. Er nahm das Gespräch an und runzelte die Stirn, während er konzentriert zuhörte. »Das waren Eric und sein Team,« verkündete er, nachdem er das Handy wieder auf den Tisch gelegt hatte. »Er sah Rave an. Der Tatort war bereits gereinigt, als unser Team beim Lagerhaus am Conley Terminal eintraf. Keine Leichen, keine Kisten mit flüssigem OV und auch keine vergossenen Überreste.« Opus hat schnell reagiert. »Die wussten, dass wir kommen würden, um den Rest der Fracht an uns zu bringen.« Chase nickte. »Ich habe das Team zurückbeordert. Sie werden in einer Stunde her sein.« »Irgendeine Idee, wem das Lagerhaus gehört?«, fragte Matthias. »Jep«, schaltete Gideon sich über die Videoschaltung ins Gespräch ein. »Da sind ungefähr fünf verschiedene Briefkastenfirmen beteiligt. Ich arbeite mich seit einer Stunde durch alle durch.« »Einer der Typen aus Cruise-Bande erzählte mir, dass das Zeug, das wir stehlen sollten, irgendeinem Waffenhändler gehört,« sagte Rave. »Und Cruise erwähnte die Frachtkämer aus Übersee.« »Sehr gut. Das hilft.« Gideons Antwort wurde von Klappern seiner Tastatur begleitet. »Ich sollte nicht lange brauchen, um den Mistkerl ausfindig zu machen.« »Wir brauchen diese Spur,« sagte Lucan, dessen ernste Miene auf einem anderen Monitor zu sehen war, über den er mit dem Besprechungsraum verbunden war.« »Nachdem Judah Lassalle tot ist, könnte dieser Waffenhändler unsere nächstbeste Fährte sein. Jeder, der mit flüssigem OV handelt, steckt entweder mit Opus Nostrum unter einer Decke oder macht sich bei denen gerade fürchterlich unbeliebt. Es ist mir egal, in welchem Lager sich dieser Mistkerl befindet. Ich will ihn nur in die Finger bekommen, und zwar gestern.« »Ich werde ein Team auf ihn ansetzen, sobald du es uns sagst,« erklärte Chase. Lucan nickte und sah Rave an. »Hervorragende Arbeit. Ich weiß, dass es nicht einfach für dich gewesen ist, die letzten Wochen so zu leben. Oder in letzter Zeit.« »Nein, das war es nicht.« Rave räusperte sich. »Ähm, was das angeht, als er mit der Absicht in den Besprechungsraum gekommen war, seinem Commander und dem Anführer des Ordens zu erklären, was Devaney ihm bedeutete, hatte er nicht damit gerechnet, sein gesamtes Team und noch ein paar andere als Zuschauer zu haben. Aber die Worte mussten gesagt werden, und er konnte nicht eine Minute länger damit warten. Er hatte es mit ihr verbockt, nicht erst heute Abend, sondern von Anfang an. Er hoffte nur, er bekäme die Gelegenheit, alles wieder gerade zu rücken. »Es geht um Devaney,« sagte er. »Ich habe einen furchtbaren Fehler mit ihr begangen.« Er spürte ihre Gegenwart durch die Blutsverbindung, noch ehe er hörte, wie sie vor dem Raum scharf einatmete. Er drehte sich um, und da stand sie. Sein ganzer Atem entwich mit einem Fluch. Sie starrte ihn an, doch nur eine Sekunde lang. Ihr Weitwunderblick ging zu den anderen Mitgliedern des Ordens, die sich mit ihm im Raum versammelt hatten. Es waren offensichtlich seine Freunde, Teamkollegen, die er nie wirklich verloren hatte. Dann schaute sie zu den Monitoren, die all die Informationen anzeigten, die sie ihm in der Privatsphäre ihres dunklen Hafens vorgelegt hatte. All die detaillierten Notizen und Theorien ihres Vaters. Ihre Arbeit von Monaten, um ihre ermordete Familie zu rächen. All die Geheimnisse, die sie mit Rafe geteilt hatte, kurz bevor er ihr auf dem Boden des Arbeitszimmers ihres Vaters die Jungfräulichkeit genommen hatte. Allmächtiger. Er spürte ihre fassungslose Verwirrung wie einen Schlag gegen die Brust. Ihr stechender Schmerz, betrogen worden zu sein, durchbohrte ihn. Devaney! Stumm wich sie zurück. Devaney, warte! Sie machte noch einen Schritt nach hinten, und dann, im Bruchteil einer Sekunde, war sie verschwunden. Sie war eine Idiotin. Er hatte ihr gesagt, dass er gefährlich sei. Er hatte ihr gesagt, dass sie der Sache nicht gewachsen sei. Dass sie keine Freunde oder sonst was sein könnten. Sie hatte ihm nicht geglaubt. Sie wollte ihm immer noch nicht glauben, und doch hatte sie eben den Beweis für sein falsches Spiel mit eigenen Augen gesehen. Sie spürte es. Seine Schuldgefühle flossen durch die Blutsverbindung zähflüssig und schwarz wie Öl in sie hinein. Er hatte sie betrogen, sie angelogen, sie benutzt. Ein ersticktes Schlurzen kam über ihre Lippen, als sie wie ein Blitz durch das weitläufige Haus raste. Sie eilte in das wunderschöne Gästezimmer zurück, das Tavia Chase ihr zur Verfügung gestellt hatte. Sie hatte das Gefühl, kurz vor einem schrecklichen, emotionalen Zusammenbruch zu stehen. Sie durfte sich nicht gehen lassen. Nicht hier. Nicht, wenn Rafe und seine Kameraden wahrscheinlich unten im Besprechungsraum, sich nicht mehr halten konnten vor Lachen, wegen ihrer Naivität, ihrer blinden Dummheit, ihrer Blödheit, sich in ihn zu verlieben, sich im Blut mit ihm zu verbinden. Oh Gott! Sie musste hier raus. Sie warf die Tür hinter sich zu und hielt sie mit einem mentalen Befehl geschlossen, während sie hastig die geborgten Sachen von Carys ablegte und wieder ihre eigene Kleidung anzog, die sie bei ihrer Ankunft getragen hatte. Sie wollte nichts von dem haben, was man ihr hier gegeben hatte. Weder die Unterkunft noch Kleidung oder die Freundlichkeit, die man ihr entgegengebracht hatte. Wenn nichts davon echt gewesen war, wollte sie es auch nicht. Und ganz besonders von Rafe wollte sie absolut nichts mehr haben. Devaney. Er stand vor ihrer geschlossenen Tür. Sie hörte, wie er versuchte, die Tür zu öffnen und fluchte, als es ihm nicht gelang, ihren mentalen Griff des Riegels zu lösen. Sie wollte nur weg von ihm. Lass mich in Ruhe. Das kann ich nicht. Wieder versuchte er, den Riegel zu öffnen und erneut stieß seinen heftigen Fluch aus. Verdammt nochmal, Devaney. Ich muss dich sehen. Ich muss mit dir reden. Aber nicht durch eine geschlossene Tür. Sie antwortete nicht. Vor allem deshalb nicht, weil sie ihrer Stimme nicht traute. Sie spürte die Ernsthaftigkeit hinter seiner Bitte. Er litt auch. Ihm ging es genauso schlecht wie ihr. Vielleicht sogar noch schlechter. Aber ob das überhaupt möglich war, wusste sie nicht. Gut. Sollte er doch auch leiden. Geh weg, Rafe. Geh wieder zu deinen Freunden. Ich verla... Die massive Eichentür riss aus den Angeln und krachte in den Raum. Rafe stand mit einem zutiefst gequälten Ausdruck auf seinem schönen Gesicht in dem zerstörten Zugang zum Zimmer. Devaney. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Dass du so getan hast, als wären wir so etwas wie ein Team, obwohl du immer noch dem Orden angehört hast? Dass du Wochen meiner Arbeit und der meines Vaters gestohlen und hinter meinem Rücken an deine Kameraden weitergeleitet hast? Sie schüttelte den Kopf. Ich schätze mal, du hast ein paar Tricks von diesem Maulwurf von Opus gelernt, nicht wahr? Das ist nicht fair, erklärte er ruhig, auch wenn ich all deinen Zorn verdiene. Sie wollte sich von seinen ernsten Worten nicht einlullen lassen. Nicht nachdem er sie erst vor einer Stunde in diesem Raum mit dem Gefühl zurückgelassen hatte, als ob sein Schuldgefühl ihr ein Loch in die Brust bohren würde. Er hatte einen Fehler mit ihr begangen. Das hatte er gerade eben vor allem im Besprechungszimmer erklärt. Sie hatte einen noch viel größeren Fehler begangen, indem sie ihm vertraut hatte, indem sie sich in ihn verliebt hatte. Und jetzt wusste er das alles, weil er durch die Blutsverbindung ihre stärksten Emotionen spüren konnte. Die Verbindung, die er fast vom ersten Moment an bedauert hatte, als er sie den ersten Schluck von seinem Blut hatte nehmen lassen. Wie weit wärst du gegangen, um von mir das zu bekommen, was du wolltest, Rave? Himmel, du hast dich noch nicht einmal sonderlich anstrengen müssen. Du musstest mich noch nicht einmal verführen, um an die Informationen ranzukommen. Ich hab mich dir ja nur allzu gerne an den Hals geworfen. Er runzelte die Stirn und seine Mine verfinsterte sich. Darum ging es nie. Nichts von dem, was wir miteinander hatten, war von mir initiiert, um an Informationen zu kommen. Wir haben nichts mit meiner Arbeit für den Orden zu tun. Allmächtiger. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein als das. Bist du je aus dem Orden verbannt worden? Nein. Das war nur Teil meiner Tarnung. Er fuhr fort, ohne dass sie um weitere Erklärungen gebeten hätte. Nicht lange nach meiner Rückkehr aus Montreal begann ich, mich von meinen Teamkameraden zu distanzieren. Dann fingierten wir Situationen, in denen ich mich ungebührlich und aufsässig verhielt, sodass man bereits anfing, über mich zu reden, ehe Chase und Lucan meine Entlassung aus dem Orden öffentlich machten. Nur ganz wenige kannten die Wahrheit. Nur meine Kommande und meine Eltern. Es musste wasserdicht sein. Cruz und seine Leute mussten glauben, dass ich rausgeschmissen worden sei, damit sie mir überhaupt eine Chance geben und mir letztendlich genug vertrauten, um mich aufzunehmen. Ich musste es auch glauben, richtig? Er nickte mit ernster Mähne. Du hättest es mir sagen können, Rave. Ich hätte dein Geheimnis bewahrt. Du hättest mir vertrauen können. Darauf wusste er keine Antwort. Ihr war klar, dass sie ihn bat, sie über seine Verpflichtungen gegenüber dem Orden zu stellen, aber verdammt. Sie wollte denken, dass er es zumindest in Erwägung gezogen hatte. Sein Schweigen brachte sie um. Wann hast du meine Akten und Unterlagen an den Orden weitergeleitet? In der Nacht, als wir das erste Mal miteinander Sex hatten. Er atmete tief durch. Ich habe es nicht getan, um dich zu verletzen. Wenn überhaupt, wollte ich dir helfen. Mir helfen, wiederholte sie höhnisch. Ihre Stimme klang dabei ganz belegt. Und wenn wir uns tatsächlich gemeinsam dem Ziel genähert hätten? Wenn wir einen schlagigen Opus hätten ausführen können, hättest du mir dann geholfen, diejenigen zu vernichten, die meine Familie umgebracht haben? Eine ganze Weile lang sagte er nichts, ehe er schließlich den Kopf schüttelte. Nein, Devaney. Ich hätte dich nicht noch einmal in die Nähe einer derartigen Gefahr gelassen. Ich würde es immer noch nicht tun. Das geht dich nichts an. Doch, das tut es. Vorsichtig, als wäre sie ein Reh, das sofort flüchten könnte, machte er einen Schritt auf sie zu. Es geht mich etwas an. Weil mein Blut jetzt in deinem fließt und deines in meinem. Sie stöhnte auf und wollte jetzt unbedingt von ihm weg. Rede mir nicht von unserer Verbindung. Ich habe dein Bedauern gespürt, Rafe. Ich habe gespürt, wie sehr du dir gewünscht hast, wir könnten es rückgängig machen. Ja, das habe ich, sagte er, und seine tiefe Stimme bekam einen scharfen Unterton. Ich wollte es rückgängig machen, weil ich wusste, dass ich nicht ehrlich zu dir gewesen war. Nun, jetzt sind wir ja ganz ehrlich zueinander, gab sie zurück. Sie war den Tränen nahe, wollte aber auf keinen Fall anfangen, vor ihm zu weinen. Und jetzt hängen wir in einer Blutsverbindung zusammen, die keiner von uns mehr will. Ihre Worte waren wie ein Schlag für ihn, und das sah man seinem Gesicht auch deutlich an. Verdammt noch mal, Devaney. Er streckte die Hand nach ihr aus. Aber sie entzog sich seiner Berührung. Gleich darauf raste sie aus dem Gästezimmer und durch den Wohnflügel des Gebäudes. Aber auch Rafe war ein Stammesvampir. Er war schneller und stand bereits vor ihr, als sie im Foyer langsamer wurde und die Hand nach dem Türgriff ausstreckte. Er versperrte ihr den Weg nach draußen, und seine Augen sprühten bernsteinfarbene Funken. Seine scharfen Fänge glitzerten, als er sprach. »Was machst du da?« »Wonach sieht's denn wohl aus?« »Ich gehe.« »Wohin?« Sie wusste es nicht. Darüber würde sie später nachdenken. Sie wusste nur, dass sie jetzt von ihm weg musste, weg von diesem Ort. Sie konnte nicht nachdenken, wenn ihr Herz brach. »Geh mir aus dem Weg, Rafe.« Er zuckte noch nicht einmal mit der Wimper. »Rede mit mir. Bitte.« »Es gibt nichts mehr zu bereden.« »Das stimmt nicht«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Ich habe ganz viel zu sagen, und ich fange damit an, dir zu sagen, dass ich dich liebe.« »Himmel!« »Warum wollte er unbedingt sehen, wie sie zusammenbrach?« Hatte er sie nicht bereits genug verletzt? Sie spürte, dass er es ernst meinte. Sie spürte auch seine Liebe. Doch das linderte nicht den Schmerz wegen seines Verrats. Ein ersticktes Schluchzen kam in ihr hoch. »Bitte, geh zur Seite, Rafe.« »Ich kann nicht.« Er würde sie nicht gehen lassen. Er streckte die Arme nach ihr aus, aber statt sich an seine Brust zu werfen, wonach sie sich so sehr sehnte, nahm sie ihrerseits die Hände hoch, drückte sie gegen seine feste Brust und verharrte in dieser Position. Sie sah den Moment, in dem er erkannte, was sie tat. Seine Augen wurden ganz groß, aber es war zu spät. Sie hatte die Verbindung bereits hergestellt. Ein Schrei entrang sich ihrer Brust, als sie ihre ganze Kraft in die Berührung legte. In einem Anfall wütender Raserei saugte sie seine Gabe und alle Kraft aus ihm heraus. Mit einem verblüfften Stöhnen ging er auf dem dicken Teppich in die Knie. Da ließ sie ihn los. Ihre Hände zitterten und ihr Herz brach. Keuchend stieß er noch ihren Namen hervor, ehe er bewusstlos wurde. Daphne zerrte die Tür auf. Sie hatte sich kaum mehr unter Kontrolle, als sie in den hereinbrechenden Tag floh. Als Rave die Augen öffnete, hatte er das Gefühl, jemand hätte ihn mit glühenden Dolchen durchbohrt. Schnell ließ er die Lieder wieder sinken und stöhnte. Verdammt! Hatte man ihn etwa in einen Schraubstock gezwängt, während er bewusstlos war? Seine Kehle war völlig ausgedörrt. Er hatte überall Schmerzen. In den Gliedern, im Rumpf. Verdammt! Sogar seine Haare schmerzten. Aber er war am Leben. Das wusste er, weil trotz seiner ganzen körperlichen Schmerzen sein Herz am meisten wehtat. Und Himmel noch mal. Das hatte etwas zu sagen. Er hob wieder die Lieder und kämpfte gegen die Qualen an, die das Licht auslöste, welches in seine Augen fiel. Eine große verschwommene Silhouette nahm langsam vor ihm Gestalt an. Na, gut geschlafen. Nathan ragte über ihm auf. Er stand neben dem Krankenbett, in dem Rafe lag und sah ihn an. Genießt du deine Ganzkörpermigräne? Richtig lustig wird's erst, wenn du versuchst, dich aufzusetzen. Shit. Rafe versuchte, den Kopf zu heben und eine Woge von Übelkeit stieg in ihm auf. Nathans Lippen kräuselten sich. Ja, genau. Rafe stöhnte, als er sich wieder ins Kissen fallen ließ. Devaney. Sie ist weg. So amüsiert sein Teamcaptain auch von Rafe's körperlichen Beschwerden sein mochte, wurde sein Ton jetzt fast schon sanft. Sie hat das Haus verlassen, gleich nachdem sie dir deine Kraft ausgesaugt und dich im Foyer liegen gelassen hat. Wie lange? Die Frage klang eher nach einem Krächzen, und das nicht nur wegen der Folgen von Devanys Gabe. Wie lange ist es her, dass sie weg ist? An die zwei Stunden. Allmächtiger. Zwei Stunden ganz allein in der Stadt, während die Todesschwadronen von Opus vielleicht nach ihr suchten. Allein bei der Vorstellung gefror ihm schon das Blut in den Adern. Er wusste, dass Devaney klug war. Sie war schlau und tough. Sie war eine Stammesvampirin, verflucht noch mal. Er wusste, dass sie sich ihre Haut erwehren konnte, schließlich hatte sie auch mit ihm kurzen Prozess gemacht. Und er war ein kampferfahrener Krieger, der doppelt so viel wog wie sie. Sie brauchte ihn nicht als Aufpasser, aber er hasste den Gedanken, dass sie allein war. Sie war ebenfalls durcheinander und verletzt, und das alles seinetwegen. Wenn sie durch sein unachtsames Verhalten Schaden nahm, würde er nicht damit leben können. Rafe stemmte sich trotz seiner Schmerzen auf dem Bett hoch. Ich muss ihr nach... Ich muss sie finden. Du bist nicht in der Verfassung dafür, sagte Nathan. Und verflucht noch mal, er hatte Recht. Schon bei dieser kleinen Bewegung begann sich das Bett unter ihm zu drehen. Der ganze Raum schwankte vor seinen Augen, als befände er sich in einem Spiegelkabinett auf einem Jahrmarkt. Deine Frau hat einen höllischen Schlag drauf. Leider spreche ich aus eigener Erfahrung. Rafe bäumte sich gegen die Qualen auf und brachte sich in eine sitzende Position. Seine Glieder fühlten sich wie Gummi an und waren definitiv nicht zu gebrauchen. Wie lange hält der Zustand an? Es hat ungefähr drei Stunden gedauert, bis ich wieder meine Füße spüren konnte, grummte Nathan. Giordana hat sich schneller wieder erholt. Offensichtlich sind die Nachwirkungen, wenn man größer ist, schlimmer. Sie ist nicht sauer auf dich. Aber ich würde dich am liebsten immer noch für deine Beteiligung an dem, was meine Gefährtin hat durchmachen müssen, umbringen. »Es tut mir leid«, sagte Rafe, »und ich weiß, dass es auch Daphne leidtut. Sie wollte keinem von euch etwas zu Leide tun.« »Sie hat's getan, um dich zu beschützen«, Rafe nickte. Die Bewegung brachte seinen Schädel sofort wieder zum Pochen. Er hätte das Gleiche für sie getan, wäre er dazu in der Lage gewesen. Er würde immer noch alles tun, um sie zu beschützen, aber stattdessen hatte er sie getäuscht und ihr das Herz gebrochen. Er hatte sie schlimmer verletzt, als jeder andere es hätte tun können. Das hatte er in dem Moment gespürt, in dem sie ihn mit ihrer unglaublichen Kraft hatte zu Boden gehen lassen. »Sie liebt dich«, sagte Nathan. »Was habe ich ihr in der letzten Nacht im Museum angesehen?« »Jetzt hasst sie mich.« »Glaubst du das wirklich?« Er zuckte mit den Achseln und schüttelte vorsichtig den Kopf. Obwohl sie fort war, konnte er sie über die Verbindung spüren. Sie hasste ihn nicht. Er fühlte immer noch ihre Liebe, und das gab ihm einen kleinen Funken Hoffnung, dass er es vielleicht noch einmal würde hinbiegen können. Aber im Moment war ihr Schmerz größer als alles andere, was sie fühlte. Wenn sie ihm nicht vergeben konnte, würde er sie vielleicht für immer verlieren. »Ich muss gehen«, er schwang die schlaffen Beine über die Kante des Krankenbettes. »Ich muss sie finden und zurückbringen.« »Dann brauchst du aber Flügel«, ertönte eine tiefe, sardonische Stimme von der Tür her. Rafe schaute an Nathan vorbei und sah Eric Chase ins Zimmer kommen. Dieser blieb neben dem Bett stehen, warf einen Blick auf ihn und schnaubte. »Du siehst beschissen aus.« Rafe lachte leise, und verdammt, das tat weh. Nur sein bester Freund konnte ihn zum Lächeln bringen, wenn sein Körper derart geschwächt und sein Herz gebrochen war. »Ich freue mich auch, dich zu sehen.« »Was weißt du über Devaney? Wo ist sie?« »Auf dem Weg nach London offensichtlich.« Gideon hat gerade mitgeteilt, dass sie heute Morgen auf der Passagierliste eines Linienflugs nach Heathrow aufgetaucht ist. In ungefähr fünf Stunden müsste sie dort landen. London. Sie war auf dem Weg nach Hause, obwohl sie da nach dem Verlust ihrer Familie nie wieder hingewollt hatte. »Ich muss da auch hin.« »Ich muss sie dazu bringen, dass sie mir zuhört.« Rafe versuchte hochzukommen, fiel aber gleich wieder zurück aufs Bett. »Verdammt noch mal!« Eric sah ihn forschend an. »Diese Frau hat eine ganz schöne Nummer mit dir abgezogen, hä?« Er sprach nicht davon, dass sie ihm heute eine von den Latz geknallt hatte. Und Rafe würde vor seinen zwei besten Freunden bestimmt nicht so tun, als wäre er nicht außer sich vor Kummer, dass er heute Devanys Glauben an ihn verloren hatte, dass er ihr Vertrauen vielleicht für immer verloren hatte. »Wir sind blutsverbunden.« »Ich habe ihr Blut genommen. Verflucht, ich habe mir viel mehr als nur das von ihr genommen.« Er begegnete dem ernsten Blick der beiden Stammesvampire. »Dann habe ich sie letzte Nacht, nachdem wir hier eingetroffen waren, auch noch von meinem trinken lassen. Ich liebe sie. Und sie denkt jetzt, ich hätte nur ein Spielchen mit ihr getrieben, weil sie von Vorteil war, bei der Erfüllung meines Auftrags. Sie denkt, ich wollte sie nur wegen der Informationen, die sie hatte. Shit. Sie denkt, der Orden würde für mich vor ihr kommen. Und? Ist es nicht so? Nathans glasklarer Verstand traf wie immer den Punkt, so kalt und präzise wie ein Messer. Rafe wollte aufbrausen, aber sogar sein Zorn ließ ihn im Stich. Denn das, was der frühere Killer gesagt hatte, stimmte. Rafe hatte den Orden über sie gestellt. Rafe bedauerte es jetzt. Nein, eigentlich hatte er es von Anfang an bedauert. Und er würde es für den Rest seines ewigen Lebens bedauern. Denn Nathan hatte Recht. Devaney hatte Recht. Er hatte die Pflicht über sie gestellt. Und es gab keine Möglichkeit für ihn, dies wieder rückgängig zu machen. Devaney bezahlte den Taxifahrer in bar, als sie vor dem dunklen Hafen der Familie in South Kensington ausstieg. Nachdem sie das Anwesen des Ordens in Boston verlassen hatte, war sie auf direktem Wege zum Flughafen und dem dortigen kleinen Schließfach gefahren, in dem sie ihren Pass und ein paar tausend Dollar in unterschiedlichen Währungen verwahrte. Es war wohl nicht verwunderlich, dass sie sich, aufgewachsen in einer Familie aus verdeckten Ermittlern und Polizeibeamten, ein paar Tricks abgeguckt hatte. Mit ihren echten Ausweispapieren zu reisen, während ihr unter Umständen die Lakaien von Opus auf der Spur waren, stellte natürlich ein Risiko dar. Aber sie hatte keine andere Wahl gehabt. Jetzt, wo sie Boston hinter sich gelassen hatte, schüttelte sie etwas von dem Verfolgungswahn ab, der sie bis jetzt beherrscht hatte. Die reizenden Stadthäuser am Onslow Square, mit weißem Stück, verzierten Ziegelsteinbauten, mit Schmiede eisernen schwarzen Zäunen und Balkongeländern und von weißen Säulen eingefassten Hauseingängen, waren immer ein wohltuender Anblick für sie gewesen. Auf der anderen Straßenseite fielen die letzten Sonnenstrahlen auf einen kleinen, mit Bäumen bestandenen Park, in dem Vögel sangen. Als Kind hatte sie häufig dort gespielt. Jetzt war die scheinbare Ruhe nur noch eine Fassade. Die Vertrautheit schenkte keinen Trost, denn obwohl sie an den einzigen Ort geflohen war, den sie noch hatte, kam sie zutiefst bekümmert und mit wehendem Herzen hier an. Und da ihre Familie tot war, würde diese bildschöne Straße in London nie wieder ihr Zuhause sein. Der dunkle Hafen war mehrere Monate nicht bewohnt gewesen. Alles war noch genauso wie an dem Tag, als ihre Eltern es verlassen hatten. Sie waren aus dem Leben gerissen worden. Und so waren alle Zimmer und Möbel in diesem Moment erstarrt. Jetzt, da sie hier war, wünschte Daphne sich, sie wäre nicht hergekommen. Sie hatte es bedauert, Boston zu verlassen, kaum dass sie ihren Fuß an Bord des Flugzeuges gesetzt hatte. Und sie hatte sich dafür verabscheut, was sie Rave in ihrer verzweifelten Begierde, ihren Stolz zu retten, das wenige, was ihr davon noch geblieben war, wenn es um ihn ging, angetan hatte. Angst hatte sie dazu gebracht, wegzulaufen, wo sie doch viel lieber geblieben wäre. Diese Art von Feigheit war nie ihr Stil gewesen. Jetzt war Rave tausende von Meilen entfernt und litt seit Stunden körperliche Qualen. Sie wusste es, weil auch sie den Schmerz wahrnahm. Über die Blutsverbindung spürte sie seine Qualen, genauso wie seine Freude. Den größten Teil des Fluges nach London war sie kaum in der Lage gewesen, es zu ertragen. Das Ausmaß seiner Liebe zu spüren, hatte den Gedanken an seine Schmerzen noch unerträglicher gemacht. Sie hatte ihn verletzt. Nicht nur körperlich. Himmel, sie hatten sich gegenseitig verletzt. Sie hatte gedacht, Opus Nostrum hätte alles getötet, was ihr wichtig war. Doch sie hatte sich geirrt, denn ihr Herz war von Rave Millbranch getötet worden. Es spielte keine Rolle, dass sie ihn erst seit ein paar Tagen kannte. Er war in ihr Leben gestürmt und jetzt würde es nie wieder sein wie zuvor. Sie liebte ihn, auch wenn er ihr wehgetan hatte. Sie konnte nicht aufhören, ihn zu lieben, nur weil ihr Herz gebrochen war. Jetzt würde sie ihn mit den einzelnen Teilen ihres zerschmetterten Herzens lieben. Devaney ging durch jeden Raum des dunklen Hafens und kam sich vor wie ein Geist. Ihr Schlafzimmer war ein Relikt aus ihrer Kindheit. Es war immer noch mädchenhaft rosa und mit niedlichen, verspielten Möbeln eingerichtet, mit denen ihre Mutter sie umgeben hatte, weil sie hoffte, dass ihre eigenwillige Tochter sich einem normaleren Leben zuwenden würde, als sie selbst es führte. Sie sah an sich herunter und musterte die beim Kämpfen verdreckte schwarze Kleidung und die schweren Schnürstiefel, wie enttäuscht ihre Mutter von ihr sein würde. Devaney würde nie den einfachsten und sichersten Weg gehen. Für ihre Familie hatte sie es versucht, war zur Uni gegangen und hatte Musik studiert. Obwohl sie es genossen hatte, war es nicht erfüllend für sie gewesen. Sie sehnte sich danach, die Welt zu verändern, sie fühlte sich zu höheren Berufen. Erst nachdem sie alle verloren hatte, die sie liebte, hatte sie es gewagt, danach zu streben. Sie hatte sich nicht vorstellen können, in der Lage zu sein, wirklich etwas zu verändern, bis sie angefangen hatte mit Rafe, an dem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, Opus Nostrum zu vernichten. Alles gelogen. Sie hatten zwar beide das gleiche Ziel gehabt, doch er hatte nie wirklich mit ihr zusammengearbeitet. Er hatte sie zum Narren gehalten und ihre Informationen benutzt, um seinen wahren Gefährten vom Orden zu helfen. Sie war jetzt auf sich allein gestellt und ihre Entschlossenheit, ihre Familie zu rächen war, seit sie Boston verlassen hatte, nicht weniger geworden. Sollte der Orden doch alle Aufzeichnungen und Ergebnisse zusammen mit den von ihr in den letzten Monaten gesammelten Informationen behalten, sie konnte wieder neu anfangen. Jetzt, wo sie ins Visier von Opus geraten war, würde sie wieder neu anfangen müssen. Mit einem neuen Namen, einem neuen Aussehen, neuen Zielpersonen und einem Angriffsplan. Sie würde ein neues Leben anfangen, ein Leben, das sie wahrscheinlich ohne Rafe führen würde. Dieser letzte Gedanke war etwas, das sie kaum ertrug. Nachdem sie kurz unter die Dusche gegangen war und andere frische Sachen angezogen hatte, begab sich Davin ihr nach unten, um es sich bequem zu machen und ihre Gedanken zu sortieren. Das geräumige Stadthaus war kalt und dunkel. Staub hatte sich auf den Möbeln und dem Flügel, der im großen Wohnzimmer stand, gesammelt. Der kleine Garten ihrer Mutter hinter dem Haus war zugewuchert und voll mit trockenem Herbstlaub. Etwas zerbrach in ihr, alles so einsam und verlassen zu sehen. Und ihr Flügel. Musik war zwar eher der Traum ihrer Eltern für sie gewesen als ihr eigener, doch trotzdem hatte es ihr immer einen gewissen Trost geschenkt, die kühlen Tasten unter den Fingern zu spüren. Jetzt zog es sie ebenfalls dorthin. Sie ging ins Wohnzimmer und setzte sich auf die gepolsterte Bank. Ihre Hände hinterließen Abdrücke in der dünnen Staubschicht, die auf dem glänzenden Deckel lag, als sie ihn hochklappte, um zu spielen. Sie schlug ein paar Tasten an und ihre Finger bewegten sich aus der Erinnerung heraus durch ein klassisches Stück, welches ihre Eltern sie immer gern hatten spielen hören. Sie runzelte die Stirn, als eine der Tasten nur einen seltsamen, gedämpften Ton von sich gab. Sie schlug sie noch einmal an und hörte, wie im Innern des Instrument etwas verrutschte. Was zum Teufel ist das denn? Irgendetwas musste die Seiten unter dem Deckel des alten Flügels blockieren. Sie stand auf und hob vorsichtig den großen, schweren Deckel hoch. Darunter entdeckte sie einen Umschlag. Sie kannte das Pergamentpapier, ihr Vater hatte es immer benutzt. Daphne holte den Umschlag hervor, schloss den Deckel wieder und setzte sich zurück auf die Bank. Ihre Finger zitterten, als sie das Siegel vorsichtig brach. Der Umschlag enthielt nur ein ausgedrucktes Foto. Daphne starrte das Bild an und keuchte. Oh mein Gott! Rafe klopfte an den Türrahmen des Büros seines Kommanders. Chase schaute von den Unterlagen und Fotos auf, die auf seinem Schreibtisch verteilt waren. Er wirkte etwas überrascht. Du siehst viel besser aus als vor ein paar Stunden. Ja, das stimmt. Rafe nahm eine militärisch korrekte Haltung ein. Er trug seine schwarze Kampfkluft. Sein Gesicht war frisch rasiert und sein Haar sah zumindest ansatzweise gebändigt aus. Er stand jetzt wieder fest auf den Beinen. Alle Spuren der Qualen, die er durch Daphneys Abschiedsgeschenk erlitten hatte, waren verschwunden. Nur der Schmerz, der in sein Herz Einzug gehalten hatte, war geblieben. Er rechnete nicht damit, dass der so bald vergehen würde. Wahrscheinlich eher nie. Nicht solange er und Daphne getrennt voneinander waren. Komm rein, sagte Chase. Auf dem Schreibtisch lagen neben den Akten und Fotos, die Rafe aus Daphneys Haus mitgenommen hatte, Patrouillenpläne für die kommende Nacht und andere Einsatzunterlagen. Ich habe gerade mit Lucan telefoniert, sagte Chase. Die Informationen, die du und Daphne geliefert haben, geben uns vielfältige Möglichkeiten, weitere Nachforschungen sowohl hier in Boston als auch in D.C. anzustellen. Gideon meint, es würde Tage dauern, alles zu sichten, aber wir haben bereits jetzt mehrere vielversprechende Spuren, die wir weiterverfolgen können. Rafe neigte kurz den Kopf. Ich freue mich, dass sich die Informationen als nützlich erweisen. Das Lob gebührte aber nicht mir, sondern ausschließlich Daphne und ihrem Vater. Chase nickte. Wir schulden den beiden viel, vor allem, wenn sich aus den Hinweisen eine heiße Spur ergibt. Gideon sagt, dass Roland Winters handschriftliche Notizen darauf hinweisen, dass er den Verdacht gehabt haben könnte, seine Daten wären bei Justice nicht sicher. Das hat Daphne auch angenommen. Ihr Vater hielt die Ergebnisse seiner Nachforschungen im dunklen Hafen in Boston unter Verschluss und bewahrte sie nicht bei sich zu Hause in London auf. Ich glaube, er wusste, dass wenn ihm etwas passierte, seine Arbeit bei Daphne am besten aufgehoben wäre. Und ich denke, er wollte, dass sie die Unterlagen findet, weil er wusste, dass sie sich darum kümmern würde. Ralf hatte die letzten Stunden darüber nachgedacht, was während seiner Zeit mit Daphne alles passiert war. Sie hatte ihm erzählt, dass ihre Eltern versucht hatten, sie von der Polizeiarbeit abzuschirmen und sie behütet aufwachsen zu lassen. Doch es schien so, als hätte ihr Vater begriffen, zu was sie fähig war. Er hatte gewusst, was für eine starke und tüchtige und entschlossene Frau sie war. Roland Winters musste gewusst haben, dass Daphne die Beste, vielleicht sogar die Einzige wäre, um die von ihm zurückgelassene Fackel, so schwach sie auch brennen mochte, aufzunehmen und damit bis zum Ende zu laufen. Chase zog die Augenbrauen hoch. Sie ist eine ganz besondere Frau. Es erfordert Mut, sich mit Männern wie Ricardo Cruz und Juda Lazal einzulassen. Und wenn man bedenkt, dass sie auch noch vorhatte, wenn es sich ergeben hätte, deren Spur bis in den innersten Kreis von Opus zu verfolgen, sie hatte keine Ahnung, worauf sie sich da einlassen wollte. Es war ihr egal, worauf sie sich einließ, sagte Rafe, der nicht verhindern konnte, dass Stolz in seiner Stimme mitschwang, wenn er von der Frau sprach, die er liebte. Devaney wollte Vergeltung für das, was ihrer Familie angetan worden war. Ich glaube nicht, dass sie ihre Meinung dahingehend geändert hat. Was hier vorgefallen ist, dass ich sie verletzt habe, wird sie nicht eine Minute lang davon abbringen. Sie ist wirklich hartnäckig, meinte Chase. Rafe lächelte und schüttelte den Kopf. Sie ist außergewöhnlich. Sie ist die unglaublichste Frau, die ich kenne, und ich habe sie gehen lassen. Chase verzog den Mund. Sah nicht so aus, als hätte sie dir eine Wahl gelassen. So wie sie dir den Boden unter den Füßen weggezogen hat, brummte er. Ich habe es verdient. Ich habe sie verletzt, und ich habe den Schmerz verdient, dem sie mich ausgesetzt hat. Devaney sagte, ich hätte ihr von meinem Auftrag erzählen sollen, dass ich verdeckt für den Orden arbeite, sie sagte, ich hätte ihr vertrauen können, dass sie das Geheimnis für sich behält. Aber dann hätte ich das Vertrauen enttäuschen müssen, dass der Orden in mich setzt. Lucan, meine Teamkollegen, ich hätte mich entscheiden müssen. Sterling Chase lehnte sich mit ernster Miene zurück. Das verlangt jedem viel ab. Ja, das stimmt. Rafe atmete tief durch. Aber es hätte mir nicht schwerfallen dürfen. Er griff nach der Schnalle seines Waffengurts und löste ihn. Dann legte er ihn vorsichtig auf die Einsatzpläne auf dem Tisch seines Kommanders. Der Orden war von dem Moment an, als ich geboren wurde, mein Leben. Er ist meine Familie und mir so wichtig wie Vater und Mutter. Wie meine Teamkollegen, meine Commander, einfach alle im Orden. Ich würde mein Leben für jeden Einzelnen hergeben, jederzeit. Aber ich liebe Devaney Winters. Sie ist meine Gefährtin im Blute. Er stieß einen unterdrückten Fluch aus und schüttelte den Kopf. Sie ist alles, was für mich zählt. Das war die Wahrheit. Vor Rachedurst brennend war er aus Montreal zurückgekehrt. Er hatte gedacht, dass die Verfolgung von Opus Nostrum, die Vernichtung der Terrororganisation im Alleingang, die eine Sache wäre, die er mehr als alles andere wollte. Er hatte gedacht, er würde nur noch für Vergeltung leben. Jetzt wollte er etwas anderes sogar noch mehr. Devanys Vergebung. Er wollte eine Zukunft mit ihr, mit ihm an ihrer Seite. Und er würde keine weitere Sekunde verstreichen lassen, ohne ihr zu folgen. Du weißt, dass du nicht ungeschehen machen kannst, was du getan hast, Sohn. Chase sah ihn mitfühlend an. Eines Tages werde ich dir von all den Gelegenheiten erzählen, bei denen ich es mit Tavia vermasselt hatte. Ich weiß, dass mein Freund Dente viele ähnliche Geschichten auf Lager hat, wenn es um deine Mutter Tess geht. Aber Tavia hat vergeben. Meine Mutter hat meinem Vater verziehen, sagte Rafe und zog eine wenig Hoffnung aus diesem Umstand. Das ist, was ich auch von Devaney will. Ich werde den Rest meines Lebens versuchen, zwischen uns alles wieder ins Lot zu bringen. Aber zuerst muss ich herausfinden, ob sie mich überhaupt noch will. Und dafür musste er so schnell wie möglich das nächste Flugzeug nach London nehmen. Der Commander beugte sich vor und stützte die Ellbogen auf dem Tisch auf. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass du das sagen würdest. Deshalb habe ich Matthias Rowans Rückflug nach London auf Stand by gesetzt. Er wartet im Besprechungsraum auf dich. Rafe versuchte noch nicht einmal das Grinsen zu unterdrücken, das sich auf seinem Gesicht ausbreitete. Er streckte den Arm aus und drückte dem älteren Krieger fest die Hand. Danke. Chase nickte einmal kurz. Dann schob er Rafe den Waffengurt wieder hin. Behalt den. Ich lasse einen meiner besten Krieger doch nicht so leicht gehen. Rafe schnallte den Gürtel wieder um und dankte seinem Commander mit einem Nicken. Dann verließ er im Bruchteil einer Sekunde den Raum, um das wartende Flugzeug nach London zu besteigen. Devaney stützte die Ellbogen auf den Schreibtisch im Arbeitszimmer ihres Vaters und hielt ihren Kopf mit beiden Händen, während sie müde seufzte. Ihre Schläfen pochten, ihre Augen brannten nach mehreren Stunden intensiver doch ergebnisloser Suche nach Antworten hinsichtlich des Fotos, das sie gefunden hatte. Oder besser gesagt, das Foto, das ihr Vater versteckt hatte, damit sie es fand. Denn daran konnte kein Zweifel bestehen. Es gab keinen anderen Grund für ihn, etwas im Inneren eines Instruments zu verstauen, dem sonst keiner einen zweiten Blick schenken würde. Sie nahm das Foto in die Hand und betrachtete es wohl mindestens zum hundertsten Mal, seit sie es aus dem Umschlag genommen hatte. Aber egal, wie häufig sie es ansah, verwirrte das Bild sie immer noch. In einer Gruppe von Leuten standen drei Männer, ihr Bruder Harrison, der Finanzmagnat Reginald Crowe, und ein weiterer Mann, der das Gesicht in dem Moment vor der Kamera weggedreht hatte, als das Bild aufgenommen worden war. Devaney erkannte Crowe, das würde jeder. Wie sich herausgestellt hatte, war er nicht nur einer der reichsten Männer der Welt gewesen, sondern auch einer der gefährlichsten. Anfang des Jahres hatte er Opus Nostrums Bemühungen angeführt, eine ultraviolette Bombe beim Friedensgipfel des Rates der globalen Nationen zu zünden. Hätte es den Orden nicht gegeben, wäre er damit durchgekommen. Und jetzt erinnerte sie sich auch wieder, dass unter den Aufzeichnungen ihres Vaters, die er in Boston verwahrt hatte, auch Frachtprotokolle gewesen waren, die das Umschlagen von Fracht für Crowe Industries dokumentierten. Ihr Foto neben Reginald Crowe und unterhielt sich mit ihm, als wären sie alte Kumpel. War das Teil seiner verdeckten Ermittlungsarbeit bei Justice gewesen? Den dritten Mann kannte Devaney nicht. Ihr Vater offensichtlich auch nicht, denn er hatte einen Kreis um das abgewandte Profil gezogen und mit einem Fragezeichen versehen. Sie hatte die letzten sechs Stunden damit verbracht, das Internet nach Informationen oder anderen Bildern zu durchsuchen und mithilfe einer Gesichtserkennungssoftware geschaut, ob sie irgendetwas über den unbekannten Mann herausfinden könnte. Sie hatte sich sogar bei Justice mit den Zugangsdaten ihres Vaters eingeloggt, seiner ID und seinem Passwort. Sie war davon ausgegangen, dass er diese Angaben nur aus Versehen in dem Safe hinter dem Porträt ihrer Mutter in Boston zurückgelassen hatte. Doch mittlerweile fragte sie sich, ob er ihr auch diese Informationen hatte zuspielen wollen. Vielleicht hatte er all seine Notizen und die Ergebnisse seiner Nachforschungen in den Safe gelegt, damit sie in seiner Abwesenheit Zugriff darauf hatte und Nutzen daraus ziehen könnte. Sie hatte durch den Brandanschlag von Opus und durch den Orden alles verloren und heute Abend hatte sie absolut nichts über den geheimnisvollen dritten Mann gefunden. Wenn ihr Vater geglaubt hatte, sie könnte nach seinem Tod eine Antwort auf die Frage finden, dann hatte er ihr zu viel zugetraut. Das Foto hatte nur lauter beunruhigende Fragen in ihrem Kopf hervorgerufen, genau wie das Datum, das er auf den Umschlag gekritzelt hatte. Der Tag vor dem Bombenanschlag auf das Londoner Hauptquartier von Justice. Hatte er von der Gefahr gewusst? Hatte er eine Ahnung gehabt, was passieren könnte? Sie tat beide Annahmen sofort ab. Ihr Vater hätte seine geliebte Frau und seinen Sohn niemals auch nur in die Nähe des Gebäudes gelassen, hätte er gedacht, dass es dort nicht sicher war. Er hätte schnell und sehr lautstark seine Sorge zum Ausdruck gebracht, sobald ihm der Verdacht gekommen wäre, da könnte sich etwas zusammenbrauen. Die Antwort war also nein. Er konnte nichts davon gewusst haben. Aber er war wegen seines Sohnes und der beiden Männer auf dem Foto beunruhigt genug gewesen, um das Foto irgendwo zu verstecken, wo sie es irgendwann finden würde, sollte ihm etwas passieren. Oh Gott, sie hasste den Gedanken, dass er vielleicht sogar um seine eigene Sicherheit besorgt gewesen war, oder er sich um die ihres Bruders Gedanken gemacht hatte und am Ende nicht in der Lage gewesen war, ihn zu schützen. Könnte der dritte Mann vielleicht etwas mit dem Anschlag auf Justice zu tun haben? War Harrison das eigentliche Ziel des Bombenanschlags gewesen, bei dem so viele umgekommen waren? Ihr gingen tausend mögliche Szenarien und verworrene Theorien durch den Kopf, die immer weitere gebaren. Offensichtlich hatte sie heute Abend zu lange am Schreibtisch ihres Vaters gesessen. Ihr überwältigendes Bedürfnis nach Informationen und Antworten begann sich körperlich und geistig auszuwirken. Sie stand auf und streckte sich. Auf einmal wurde ihr klar, dass sie seit ihrer Ankunft nichts gegessen oder getrunken hatte. Als Tagwandlerin brauchte sie nicht so viel Nahrung zu sich zu nehmen wie Menschen. Sie musste auch nicht wie Rafe oder die anderen Stammesvampire alle paar Tage Blut trinken. Früher hatte sie sich bei menschlichen Blutwirten genährt, aber wie sie das je wieder tun sollte, nachdem sie Rafe's Blut gekostet hatte, war ihr ein Rätsel. Sie wollte über diese Möglichkeit noch nicht einmal nachdenken. Sie wollte überhaupt nicht über Rafe nachdenken, aber er war die ganze Nacht über in ihren Gedanken gewesen, genauso wie er durch die Blutsverbindung in ihrem Blut lebte. Für immer. Sie brauchte sich noch nicht einmal zu konzentrieren, um jetzt seine Gegenwart in ihrem Innern zu spüren. Er fühlte sich fast nahe genug an, um ihn zu berühren, was ganz besonders grausam war, wo sie doch wusste, dass sie die Tür zu einer Beziehung mit ihm buchstäblich und im übertragenen Sinn geschlossen hatte. Aber ob Tee zu machen. Ihre Wut auf Rafe war schon vor Stunden verflogen. Der Schmerz war immer noch da, und auch der Druck auf ihr gebrochenes Herz hatte noch nicht nachgelassen, aber sie konnte ihn nicht hassen. Sie hatte ihn nie gehasst, noch nicht einmal ein bisschen. Sie liebte ihn, und mehr als alles andere wollte sie ihn wiedersehen. Als sie den Kessel aufsetzte und nach Tee und einem Becher suchte, merkte sie, dass nicht nur ihre Wut verraucht war. Während der Monate nach dem Tod ihrer Familie war sie von Trauer und Wut angetrieben worden. Sie hatte nur für ihre Rache gelebt, nicht für das, was gut und richtig war. Diese edlen Prinzipien, mit denen sie aufgewachsen war, ja, nach denen sie gestrebt hatte, waren nach dem Anschlag auf Justice in etwas Hässliches und Rücksichtsloses verwandelt worden. Sie hatte den Halt verloren, als Vergeltung für ihre geliebte Familie zu ihrem obersten Ziel geworden war. Der Schmerz über die Ermordung ihrer Familie hatte sich in einen alles vergiftenden Hass verwandelt, der sie der Welt gegenüber verhärtet hatte. Er hatte ihr Herz verhärtet. Sie wollte immer noch das Opus Nostrum für die Ermordung ihrer Familie und aller anderen, die sich in jener schrecklichen Nacht im Londoner Büro aufgehalten hatten, büßte, aber ihr persönlicher Rachefeldzug war zu etwas Größerem geworden. Er hatte einen Sinn bekommen. Er war keine reine Selbstjustiz mehr. Rave kennenzulernen hatte das bei ihr bewirkt, sich für ein gemeinsames Ziel mit ihm zusammen zu tun, sich einem Freund, einem Vertrauten, einen Geliebten zu öffnen. Durch ihn hatte sie erkannt, dass sie bei ihrem Kreuzzug nicht allein sein wollte. Sie wollte Teil von etwas Größerem sein, zusammen mit ihm. Der Kessel begann zu pfeifen. Devaney goss das heiße Wasser über die Teeblätter und atmete den wohltuenden Duft nach Orange und Gewürzen ein, der aus dem Becher aufstieg. Sie verspürte ein seltsames Kribbeln im Nacken, als sie den ersten vorsichtigen Schluck nahm. Sie hob den Kopf und lauschte einen Moment lang der absoluten Stille des leeren dunklen Hafens. Sie hörte nichts, war sich aber sicher, dass sie nicht mehr allein im Haus war. Hoffnung ging wie ein Ruck durch ihren Körper. Rafe? Keine Antwort. Mit dem Becher in der Hand tappte sie aus der Küche in den kurzen Flur, der ins Foyer führte. Wenn Rafe in der Nähe war, sollte sie seine Gegenwart dann nicht durch die Blutsverbindung spüren? Sie war sicher, dass das der Fall wäre. Trotzdem beseelte sie eine irrationale Hoffnung, als sie in den großzügigen Eingangsbereich des dunklen Hafens trat. Es war nicht Rafe. Als sie sah, wer dort stand und ihr Gesicht aufleuchtete, entglitt der Becher ihrer Hand. Sie spürte noch nicht einmal die heiße Flüssigkeit, die auf ihren nackten Füßen und Knöchel spritzte, als der Becher vor ihr auf die Fliesen krachte. Ihr Herz war zu voll, ihr Verstand zu benommen, um irgendetwas außer Unglauben und überwältigender Freude zu spüren. Harrison? Ihr Bruder sah schmaler aus, als sie ihn in Erinnerung hatte. Sein gut aussehendes Gesicht wirkte mit dem hellbraunen kurzgeschnittenen Haar ein wenig hager. Daphne trat vorsichtig um den verschütteten Tee herum und wollte sich vor Freude schon in seine Arme stürzen. Wollte. Irgendetwas hielt sie zurück. Sie wusste nicht genau, warum sie zögerte, aber Verunsicherung ließ sie innehalten. Ihr Instinkt schien ihre Glieder trotz der verzweifelten Hoffnung, die in ihr förmlich blubberte, einzufrieren. Harry! Sie schlang die Arme um sich selbst statt um ihn. Mein Gott! Bist du das wirklich? Seine Mundwinkel gingen nach oben. Ich bin's, Davy! Diesen Spitznamen hatte er ihr gegeben, als sie noch Kinder gewesen waren. Dass er ihn benutzte, hätte sie beruhigen sollen. Doch durch den seltsamen Ausdruck auf seinem Gesicht wirkte er jetzt hohl, vielleicht auch wegen des tonlosen, merkwürdigen Klangs seiner Stimme. Aber wie kann es sein, dass du hier bist? Sie schüttelte den Kopf und war hin und her gerissen, zwischen Verwirrung und Erstaunen. Wo bist du die ganze Zeit gewesen? Warum hast du dich nicht bei mir gemeldet? Heißt das, Mama und Papa auch? Er schüttelte den Kopf. so kalt, es kam so beiläufig über seine Lippen. Sie wusste, dass es eine Tatsache war, die nichts desto trotz schmerzte. Dennoch spürte sie, wie der Tod der beiden sie wieder niederdrückte, als sie ihren Bruder wohl und munter vor sich stehen sah und er irgendwie auf wundersame Weise nicht zu Schaden gekommen war. Sie sind nicht weg, Harrison. Sie sind tot. Das wart ihr alle, oder zumindest glaubte ich das die ganze Zeit. Du, unsere Eltern und hundert andere, die sich auch in dem Gebäude aufhielten, als die Bombe es zerstörte. Trotzdem bist du jetzt hier, er legte den Kopf auf die Seite, während sie sprach. Ich dachte, du würdest dich freuen, mich zu sehen. Was tue ich auch? Du hast ja keine Ahnung, wie häufig ich mir gewünscht habe, dich euch alle wiederzusehen. Aber ich bin verwirrt. Himmel, sie wünschte sich, wären nur verwirrt, denn die logischste Erklärung dafür, dass er jetzt vor ihr stand, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Wie kann das sein? Es gab doch keine Überlebenden. Opus hinterließ in der Nacht nur einen Trümmerhaufen. Also erklär mir bitte, wie du Wir befinden uns im Krieg, Davi. Er kam einen Schritt näher. Leute werden verletzt im Krieg, Leute sterben. Angesichts seines gleichgültigen Tonfalls stieg Übelkeit in ihr auf. Ich rede nicht von Krieg. Ich rede von kaltblütigem Mord. Opus Nostrum hat unsere Eltern umgebracht. Die haben deine Kollegen bei Justice umgebracht. Und seit neuestem stehe ich auch auf ihrer Abschussliste. Sie holte bebend Luft, während sie in das ausdruckslose Gesicht des Mannes schaute, der wie ihr Bruder aussah, ein Fremder. Aber ich glaube, das brauche ich dir gar nicht zu erzählen, oder? Als er es nicht abstritt, zerbrach etwas in ihr. Der Teil, der ihren Bruder geliebt, ihn bewundert hatte für den Beitrag, den er zur Einhaltung der Gesetze leistete, der Teil von ihr, der die letzten fünf Monate ihre Eltern und ihn betrauert hatte. Wie lange schon, Harry? Wann hat Opus seine Krallen in dich geschlagen? Er zuckte mit den Achseln und kam noch ein Stück näher. Spielt das eine Rolle? Für mich schon. Hast du bei denen bereits mitgemacht, als Reginald Crowe Anfang des Jahres seine Bombe beim Friedensgipfel hochgehen lassen wollte? Er antwortete nicht, doch das war Antwort genug. Was ist geschehen? fragte Devaney bitter. Haben sie dir eine Gehirnwäsche verpasst? Eine Gehirnwäsche? Er lachte leise. Durch Opus sehe ich zum ersten Mal in meinem Leben alles klar. Opus will Frieden, einen echten, dauerhaften Frieden. Aber man weiß, dass man das ohne einen Krieg nicht erreichen wird. Ein großer Krieg, der das Machtgefüge wieder auf Anfang setzt und besseren Köpfen die Verantwortung überträgt, klügeren Köpfen. Du meinst Leuten wie Reginald Crow? Ist für ihn nicht sonderlich gut gelaufen, wenn ich mich recht entsinne? Zorn flackerte in den dunklen Augen ihres Bruders auf. Reginald Crow war ein brillanter Mann. Alle Mitglieder von Opus innerem Kreis sind die besten Denker, die die Welt je gesehen hat. Das habe ich erst erkannt, als Crow mich ins Vertrauen gezogen hat. Ich hatte bei einer verdeckten Operation mitgemacht, die ein korruptes Netzwerk von Politikern zerstören sollte. Doch stattdessen lernte ich Crow und ein paar von seinen Leuten kennen. Sie zeigten mir, was möglich wäre, was wir zusammen erschaffen könnten. Devaney schnaubte leise. Und dann wurde der verdeckte Ermittler zum Konvertiten. Er lächelte und dieses Mal erreichte das Lächeln seiner Augen. Der Gipfel war nur der Anfang. Der Orden ist uns da in die Quere gekommen. Sie haben Reginald Crow ermordet. Aber seitdem sind wir stärker geworden. Der Orden wird uns nicht mehr lange im Weg stehen. Wovon redest du da? Opus kann nicht aufgehalten werden. Du bist verrückt, Harrison. Du hast ja völlig den Verstand verloren. Und du bist immer so verdammt selbstgerecht, zischte er, und die Spitzen seiner Fänge blitzten im schwachen Schein des Foyers auf. Du und deine Eltern, vor allem die, predigten immer von höheren Zielen und Pflichten, versuchten mir etwas von Ehre zu erzählen, während meine Brüder von Opus und ich die edelste Arbeit direkt vor aller Augen verrichteten. Hast du sie deshalb in jener Nacht im Hauptquartier umgebracht? Ihre Stimme war ganz hohl und ihr Herz schwer, als sie begriff, was ihr Bruder getan haben musste. Die Untersuchungen nach dem Anschlag wiesen darauf hin, dass es intern geplant und ausgeführt worden war. Keiner hätte die Sprengsätze deponieren und so exakt zünden können, ohne genaue Kenntnis des Gebäudes und ohne in der Nacht vor Ort zu sein. Das warst du, er seufzte bekümmert. Warum konntest du nicht bei deiner Musik bleiben, Davi? Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht, Lasalle zu verfolgen oder mit einem Krieger vom Orden ins Bett zu gehen? Es spie die Worte förmlich aus und sein Gesicht verzog sich vor kaum verhüllter Wut. Du bist eine Schande für uns beide. Ich bin so enttäuscht darüber, was aus dir geworden ist. Sie zog eine Augenbraue hoch, während auch in ihr Wut hochkam. Gleichfalls, Bruder. Opus will dich tot sehen, verkündete er gleichmütig. Ich will das nicht. Ich wusste, dass du nach Hause gerannt kommen würdest, nachdem sie den dunklen Hafen in Boston in die Luft gejagt haben. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, dir den Weg zu weisen, Davine. Ich hoffe, du bist schlau genug, ihn zu gehen. Schlau genug, eine Schachfigur von Opus zu werden wie du? Das ist nicht schlau, Harry. Das ist schwach. Das werde ich niemals sein. Er lachte, als wäre sie die Verrückte. Begreifst du überhaupt, was ich dir da anbiete? Er hob die Hände, als würde er ihr einen wertvollen Schatz zeigen. Mit unseren Kräften, wenn wir beide zusammen arbeiten, könnte uns nichts aufhalten. Wir könnten Opus eines Tages führen. Davine wich langsam zurück, als er wieder ein paar Schritte näher rückte. Du hast den Verstand verloren, Harrison. Er war eindeutig gefährlich verrückt. Das war nicht mehr der Bruder, mit dem sie aufgewachsen sondern ein Werkzeug von Opus Nostrum und der Mörder ihrer Eltern. Unser Vater war der Wahrheit auf die Spur gekommen, nicht wahr? Ich glaube, früher oder später hätte er erkannt, dass du der Feind bist. Harrison lächelte und zuckte mit den Schultern. Wahrscheinlich. Aber das konnte ich natürlich nicht zulassen. Du verstehst? Natürlich nicht, sagte sie. Ich glaube, das wusste er auch. Ich glaube, deshalb hatte die Unterlagen der monatelangen Ermittlungsarbeit so deponiert, dass ich sie finden musste. Deshalb hat er wohl auch ein Foto von dir, Crow und noch einem Mann versteckt, weil er hoffte, dass ich nach seinem Tod darüber stolpern würde. Was für ein Foto? Was für ein Mann? Das möchte ich auch wissen. Ich werde es herausfinden, Harry. Ich werde erst ruhen, wenn Opus vernichtet ist. Wut flammte im Blick ihres vernichtet, als sie mein Haus angesteckt haben. Er grinste. Dann ist dein Verlust ja mein Gewinn. Nicht ganz. Der Orden hat von allem Kopien. Du Idioten! brüllte er sie an. Es stürzte sich auf sie. Im gleichen Augenblick schleuderte sie mit einem mentalen Befehl die spitzeste Scherbe des zerbrochenen Bechers nach dem Kopf ihres Bruders. Sie bot ihre ganze Kraft dafür auf. Die kantige Scherbe traf den Knochen über seinem rechten Auge und riss die Haut auf. Er taumelte nach hinten, Blut tropfte über sein Gesicht. Er stieß ein unheimliches Knurren aus. Du Miststück! Jetzt wirst du leiden! Er packte sie, ehe sie ihm entkommen konnte. Seine Hände bohrten sich wie Krallen in ihre Arme. Seine Augen loderten vor Wut. Sie spürte, gelang ihm nicht. Was zum Teufel! Du hast von jemandem getrunken, du Schlampe! Du hast dich an diesen Abschaum vom Orden gebunden! Devon riss sich los und stieß ihren Bruder unter Aufbietung ihrer ganzen Kraft weg. Er krachte in einen der antiken Tische ihrer Mutter. Der brach unter ihm zusammen und zersplitterte, als Harrison damit zu Boden ging. Sie musste hier raus. Sie musste fliehen, um Rafe und den Orden darüber in Kenntnis zu setzen, dass Harrison übergelaufen war. Noch wichtiger jedoch war, dass der Orden das Foto bekam, welches ihr Vater ihr hinterlassen hatte. Sie raste ins Arbeitszimmer, schnappte sich das Foto und stopfte es in die Gesäßtasche ihrer Jeans. Harrison versuchte gerade, sich wieder aufzurappeln, als sie an ihm vorbei durchs Foyer rannte, doch jetzt hatte sie es nicht nur mehr mit ihm zu tun. Zwei weitere Stammesvampire kamen durch die Eingangstür. Mit kaltem Blick sahen sie sie an, als sie ihr den Ausgang versperrten. Im Gegensatz zu ihrem Bruder waren diese beiden mit Pistolen und Messern bewaffnet. Wütend wischte Harrison sich das Blut weg, das ihm ins Auge und an der Wange herunterlief. Ich habe dir gesagt, dass man mir eine Gelegenheit gegeben hat, dir den Weg zu zeigen. Er spuckte das Blut aus, das sich in seinem Mund gesammelt hatte. Jetzt kann ich dir nicht mehr helfen, Devony. Und meine Gnade kannst du auch nicht erwarten. Wann lässt du also zu, dass deine Freunde von der Todesschwadron mich umbringen? Ja, Devony. mitten ins Gesicht. Ich sehe hier niemanden, der sie aufhalten wird. Du etwa? Ich werde sie aufhalten, sagte Rafe. Ein Wagen, den Matthias Rowan für ihn bereitgestellt hatte, wartete auf Rafe, als der Privatjet des Ordens in Heathrow landete. Wenn Rafe gewusst hätte, Devonys Entsetzen auf halben Wege vom Flughafen nach Kensington plötzlich wie ein eiskalter Sturzbach durch seine Adern rasen würde, hätte er Rowan und das gesamte Londoner Team aus Kriegern angeworben, ihn zu begleiten. Als er den dunklen Hafen durch die Hintertür betrat und feststellte, dass Devony drinnen mit einem Trio von gefährlichen Stammesvampiren festsaß, wünschte er sich sehnlichst, er hätte ein bisschen Unterstützung mitgebracht. Die beiden bewaffneten Männer in Anzügen, die gleich bei der Eingangstür standen, stellten die größte Bedrohung für sie dar. Beide griffen nach ihren Waffen, als Rafe in den Flur trat, der von der Küche abging. Rafe zögerte keine Sekunde. Er schleuderte eines von seinen Messern in deren Richtung. Es traf den größeren der beiden am Hals. Der Vampir sank mit durchbohrter Kehle und einen erstickten Gurgeln auf die Knie und umklammerte mit schmerzverzerrtem Gesicht das Heft der Klinge, die vorne in seinem Hals steckte. Sein Kumpan eröffnete im gleichen Moment das Feuer und verpasste Rafe eine Kugel in den Bauch. Daphne schrie auf. Nein! Verdammt! Ihr Schrei tat ihm mehr weh als die Schusswunde. Rafe kam mit der Verletzung und den Schmerzen klar. Er hatte schon viel Schlimmeres einstecken müssen und sich davon nicht aufhalten lassen. Aber durch die Blutsverbindung würde jeder Schlag den er hinnehmen musste in ihr wiederhallen. Allein dafür, was ihr damit angetan wurde, würde er diese drei Mistkerle heute Abend töten. Daphne stürzte sich mit blitzenden Augen und gebleckten Fängen auf den Schützen. Der riesige Kerl versuchte sie von seinem Rücken zu schütteln, ging aber nicht zu Boden. Und genau wie sein Partner von der Todesschwadron von Opus war er gekommen, um zu morden. Daphne! Rafe bekam kaum die Gelegenheit zu überlegen, geschweige denn ihr zur Hilfe zu eilen, als auch schon der dritte Stammesvampir mit Mordlust in den Whiskyfarbenen Augen auf ihn losging. Augen, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit denen von Daphne hatten. Allmächtiger, das konnte nicht sein, und doch war es so. Er wusste nicht, wie es möglich war, dass ihr Bruder nach all den Monaten wohl und munter war, aber da er deutlich gemacht hatte, dass er Daphne Böses wollte, allmächtiger sie kaltblütig ermorden wollte, würde seine wundersame Auferstehung hier und jetzt enden. Mit einem Brüllen, in dem sein Wahnsinn deutlich zu hören war, ging Harrison Winters mit gesenktem Kopf auf Rafe los und zielte dabei auf dessen verletzte Mitte. Beide gingen zu Boden. Daphne's quicklebendiger Bruder hielt Rafe fest, speichelt sammelte sich in den Winkeln seines knurrenden Mundes, als er die Hand hob, um sie Rafe flach auf die Brust zu legen. Auf gar keinen Fall. Rafe wich dem Sauggriff des Mannes aus und warf Harrison ab. Der kam wieder auf ihn zu. Seine Hände waren wie Krallen gekrümmt. Er holte aus und versuchte sich an Rafe festzuklammern. Doch Rafe war schneller, und er hatte noch einen zweiten Dolch, der in einer Scheide an seinem Gürtel steckte. Er riss ihn heraus, wechselte in einer fließenden Bewegung den Griff um das Heft und ließ die rasiermesserscharfe Klinge nach unten sausen, wo sie die Hand seines Angreifers zwischen Ring und Mittelfinger traf. Winters brüllte auf. Aus seiner linken Hand, die jetzt fast in zwei Hälften klaffte, spritzte Blut. Jetzt wirst du sterben, Krieger! Er holte mit der rechten aus und ließ sie seitlich gegen Rafe's Schädel krachen. Vor Rafe's Augen drehte sich alles, als er taumelnd in die Knie ging. Am anderen Ende der Eingangshalle umklammerte Devony die Kehle des Stammesvampirs der Mördertruppe und entzog ihm seine Kraft. Doch während dieser unter ihrem Griff in sich zusammen zu sacken begann, hatte sein Kumpan sich wieder aufgerafft. Devony, hinter dir! Der Schläger stürzte sich auf sie, sodass sie gegen die nächste Wand krachte. Putz und Teile der Paneele brachen unter dem gewaltigen Aufprall ihres Körpers weg. Rafe spürte es auch, ihren Schmerz, ihr Entsetzen, ihre schwindende Hoffnung, dass sie das hier lebend überstehen würde. Im selben Moment beschwor er seine ganze Schnelligkeit herauf und zog eine seiner Pistolen. Er gab einen Schuss ab, der den großen Mistkerl genau zwischen den Augen traf. Im zweiten verpasste er auch einen Schuss in den Schädel, damit der sich endgültig nicht mehr rührte. Aber da blieb noch das Problem mit Devonys Bruder. Winters umklammerte mit seiner großen Hand Raifs Schulter und drückte zu. Dieses Mal gelang es Rafe nicht, sich der Verbindung rechtzeitig zu entziehen. Er spürte, wie der andere ihm mit Hilfe seiner Gabe die Kraft entzog. Nein! Verdammt! Er musste durchhalten. Winters grinste mit irrem Blick und Augen, die wie Lava funkelten. Er streckte die verstümmelte, blutende Hand nach Raifs Waffe aus, um diese seinem schwächer werdenden Griff zu entziehen. Verdammt! Nein! Winters hob die Pistole. Seine Bewegungen waren merkwürdig, nachdem Raif seine Hand fast in zwei Hälften geteilt hatte. Raif beobachtete, wie er mit der Waffe auf sein Gesicht zielte. Er konnte sich nicht wehren. Er war kaum in der Lage, nicht das Bewusstsein zu verlieren, als sich der Lauf seiner eigenen Waffe auf seinen Schädel richtete. Er hörte den Schuss. Es war wie eine Kanone, die direkt vor ihm abgefeuert worden war. Aber während vor seinen Augen immer wieder alles verschwamm, erkannte er, dass es nicht sein Kopf war, den die abgefeuerte Kugel aufgerissen hatte. Harrison Winters fiel leblos zu Boden. Und hinter ihm stand Davany mit einer Pistole in der Hand, die sie einem der Männer der Todesschwadronen abgenommen hatte. Raif keuchte sie und ließ die Waffe fallen, als sie auch schon neben ihm auf den Boden sank. Ihre Hände waren kühl und zitterten, als sie ihn berührte und Tränen in ihre Augen stiegen. Er schüttelte mühsam den Kopf. Er musste alle Kraft aufbieten, um die Hand zu heben und sie sanft an ihre verwundete Wange zu legen. Nein, Davany. Du bist diejenige, die mich gerettet hat. Irgendwo über dem Atlantik wachte Raif mit Davany in den Armen auf. Sie befanden sich an Bord des Privatscherts des Ordens und lagen nackt in einer Schlafkabine des geräumigen Flugzeugs. Matthias Rowan und sein Team waren nach Raifs Anruf zum dunklen Hafen gekommen, um sie zu holen und sich der Situation anzunehmen. Der Orden würde sich um die Leichen und die Reinigung des Tatorts kümmern. Außerdem war bereits beschlossen worden, die Enthüllungen über Davanys Bruder und seine Beteiligung an den Machenschaften von Opus Nostrum unter Verschluss zu halten. Raif konnte Harrison Winters abscheuliches Verhalten immer noch nicht fassen. Man derartiger Verrat an seiner Familie, seinen Kollegen bei Justice und an seiner Arbeit lag außerhalb von Raifs Vorstellungskraft. Dass er versucht hatte, Davany auch noch auf die Liste seiner brutalen Taten zu setzen, hatte in Raif den Wunsch geweckt, er wäre derjenige gewesen, der dem Mistkerl den gar ausgemacht hätte, langsam und unerträglich schmerzhaft. Die Tatsache, dass er nur wenige Momente früher eingetroffen war, ehe Davany Schlimmeres hätte passieren können, ließ sein Herz beben. Er war ihr gefolgt, um zu versuchen, zu retten, was zwischen ihnen war, aber am Ende hatte sie ihn gerettet. Und das nicht nur mit der Kraft ihres Blutes, nachdem der Angriff ihres Bruders ihn fast erledigt hätte, ihre Liebe war ein Geschenk, das er hegen und pflegen würde, solange er lebte. Jetzt, da Davany wieder sicher in seinen Armen lag, hörte er den Rest seiner Tage und Nächte danach streben, sie zu verdienen. Sie regte sich in seinen Armen. Ihr leises Schnurren, als sie erwachte, vibrierte an seiner Brust. Kommen wir bald an? Nein, wir haben noch ein paar Stunden Flug vor uns. Er drückte einen Kuss auf ihre Stirn. Wie fühlst du dich? Alles wird gut, sagte sie leise. Mit der Zeit wird es mir wieder gut gehen. Ihre Verletzungen dieser Nacht waren durch sein Blut geheilt worden, aber sie sprachen nicht über physische Wunden, sie sprachen über das Entsetzliche, was ihr Bruder getan hatte, das Entsetzliche, das kommen würde, wenn man zuließ, dass Opus Nostrum weiter Pläne für einen Krieg vorantrieb. Ich möchte gern sagen, dass ich froh bin, dass es vorbei ist, sagte sie leise, aber das ist es gar nicht, oder? Es wird erst dann vorbei sein, wenn jedes einzelne Mitglied dieser Terrororganisation entlarvt und dingfest gemacht ist. Brave nickte. Mit ein bisschen Glück wird uns dein Foto dabei helfen. Sie hatten bereits eine Kopie davon an den Orden weitergeleitet, während sie noch in London gewesen waren. Devonies Vater hatte die richtige Entscheidung getroffen, als er das Bild seiner mutigen und tüchtigen Tochter zugespielt hatte. Rafe wünschte sich nur, Roland Winters hätte gewusst, wie viel sie bereits bei der Verfolgung des neuesten Übels geleistet hatte. Wenn es solchen Leuten gelingt, jemanden wie Harry für sich einzunehmen, dann können sie das bei jedem schaffen, Rafe. Sie sind noch schlimmer als Monster. Ich glaube, das habe ich erst erkannt, als ich meinen Bruder heute Abend reden hörte. Rafe streichelte Devonies nackten Arm und fuhr eine der Ranken ihrer hübschen Glyphen nach. Es tut mir leid, dass ich nicht früher da war. Es bringt mich um, wenn ich daran denke, wie nah ich davor stand, dich zu verlieren. Er hob ihr Gesicht mit den Fingerspitzen an. Ich meine, nicht durch deinen Bruder und diese Typen vor ein paar Stunden, sondern vorher, wegen der Art und Weise, wie ich dich verletzt habe. Sie sah ihm tief in die Augen, und er empfand ihren Blick wie eine Liebkosung. Du kannst mich nicht verlieren, Rafe. Ich liebe dich. Gott sei Dank. Obwohl die Blutsverbindung es ihm auch sagte, erkannte er erst jetzt, wie viel es ihm bedeutete, diese Worte aus ihrem Munde zu hören. Er musste ihre Vergebung spüren und wissen, dass er ein ganzes Leben haben würde, um ihr zu beweisen, dass er ihrer würdig war. Er senkte den Mund auf ihren und nahm sich Zeit beim Küssen, während er den Druck ihrer Lippen auf seinen genoss. Eigentlich hatte er nur zärtlich sein wollen, doch die Berührung entfachte seine Leidenschaft. Davonny reagierte mit einem plötzlich schneller werdenden Herzschlag. Mir tut leid, was ich alles getan habe, sagte er leise und streichelte die Wange ihres liebreizenden Gesichts. Du hattest recht. Ich hätte dir vertrauen sollen. Ich liebe dich. Ich hätte mich für dich entscheiden sollen, nicht für meinen Auftrag. Sie runzelte die Stirn und schüttelte langsam den Kopf. Es war unfair von mir, das zu sagen, Rave. Es war nicht fair von mir, zu fragen. Ich habe mich für dich entschieden. Er schlang eine Hand um ihren Nacken und zog sie enger an sich, um mit dem Mund über ihren zu streichen. So habe ich meinem Commander heute gesagt, ehe ich mich auf den Weg nach London gemacht habe, um dich zu suchen. Ich habe mich für dich entschieden, Davonny. Was sagst du da, dass du aus dem Orden ausgeschieden bist? Ich habe es versucht, aber Chase hat es nicht zugelassen. Doch ich werde es tun, wenn es das ist, was ich tun muss, um dich zu behalten. Er küsste sie wieder, dieses Mal inniger. Sein Herz gehörte nur dieser Frau. Ich liebe dich, Davonny. Du bist meine Partnerin, die einzige ab jetzt. Und ich werde alles tun, um dir das zu beweisen. Sogar aus dem Orden austreten. Nein. Sie lehnte sich in seinen Armen zurück. Das ist es nicht, was ich will. Das ist sogar das Letzte, was ich von dir will. Der Orden ist dein Leben. Deine Familie. So wie du. Zärtlich streichelte sie sein Gesicht. Ich will, dass du beides hast, Rave. Eigentlich will ich sogar etwas, was noch darüber hinausgeht. Sie musterte ihn, und in ihrem Blick lagen die Stärke und Entschlossenheit, die er so an ihr liebte. Ich will dieses Leben mit dir teilen. Alles davon. Ich will daran in jeder erdenklichen Art teilhaben. Was sagst du da? Fragen zog er die Augenbrauen zusammen. Du willst ein Teil des Ordens sein? Als sie nickte, atmete er tief durch und drehte sich auf den Rücken. Daphne rutschte neben ihn, stützte den Kopf mit einer Hand und sah ihn in das erstaunte Gesicht. Ein herausfordernder Ausdruck trat in ihren Blick. Ehe du anfängst, mit mir zu diskutieren, möchte ich dich daran erinnern, dass du gerade gesagt hast, du würdest alles für mich tun. Das habe ich gesagt. Ja. Aber, sie runzelte die Stirn, du willst keine Empfehlung für mich aussprechen? Er drehte sich zu ihr um und legte zärtlich eine Hand an ihre Wange. Wie kommst du darauf, dass ich es nicht bereits getan habe? Das hast du getan? Sie sah ihn eindeutig überrascht an. Wann? Ehe wir die Londoner Kommandozentrale verlassen haben, sprach ich mit Luke und Thorne und Commander Chase. Ich sagte ihnen, dass wir uns auf den Rückweg machen würden, aber dass es uns ab jetzt nur im Doppelpack gäbe. Das heißt, wenn du das willst. Das waren meine Bedingungen und sie waren einverstanden. Das hast du für mich getan? Ich habe es für uns getan. Er lächelte und streichelte ihren hübschen Mund, als ich ein Lächeln auf ihren Lippen ausbreitete. Ich habe es getan, weil mich nichts stolzer oder glücklicher machen würde, als dich an meiner Seite zu haben, Devaney. Als meine Partnerin, meine Geliebte, meine Gefährtin. Ray. Mit einem leisen Schluchzen nahm sie sein Gesicht in beide Hände und küsste ihn. Es war kein sanftes Verschmelzen ihrer Münder, sondern eine leidenschaftliche Inbesitznahme. Das liebte er an ihr, dass sie mal verletzlich und zart war und dann wieder die heißeste, aufregendste Frau, die er je kennengelernt hatte. Sie war eigensinnig und furchtlos, unschuldig und doch weise. Aber am wichtigsten war, dass sie ihm gehörte. Mit einem besitzergreifenden Knurren drehte er sie auf den Rücken und legte sich auf sie. Sie war bereits nass und bereit, als er in sie eindrang. Ihr enger Schoß umschloss ihn wie eine Faust, als er ganz tief in sie eintauchte. Devaney schrie auf, und ihre kurzen Nägel bohrten sich in seine Schultern, als sie sich in einem mittlerweile wohlvertrauten Rhythmus bewegten und das gegenseitige Verlangen drängend und zärtlich zugleich war. Vor einigen Stunden hatten sie das Blut des jeweils anderen getrunken, um die erlittenen Verletzungen zu heilen. Jetzt war es Verlangen, was ihren Durst entbrennen ließ. Rafe konnte nichts dagegen tun, dass sein Mund an ihren Hals glitt, während er weiter in sich stieß. Es war Lust, die ihn in sinnlicher Qual aufschreien ließ, als ihre Fänge sich in seinen Schultermuskel bohrten. Der Himmel stehe ihm bei, aber er würde sich wohl nie an die Intensität ihrer Blutsverbindung gewöhnen. Er biss in das zarte Fleisch ihrer Kehle und stöhnte, als ihr süßes Blut über seine Zunge strömte. Ihr Höhepunkt war wie eine Woge, die über ihm zusammenschlug, als auch er seine Erlösung fand. Und es war Liebe, hell, lodernd und ewig, die durch seine Adern donnerte und in jede Faser seines Seins eindrang, als er die Arme um Devaney schlang und sich bereit machte, gleich noch einmal diesen herrlichen Sprung mit ihr zu tun. Es lagen noch Stunden vor ihnen, ehe sie in Boston landen würden. Er würde das Beste aus jeder einzelnen Sekunde machen. Entspann dich. Du machst das schon. Raifs beruhigende Worte halfen Devaney, die vor dem Spiegel in ihrer Unterkunft in der Bostoner Kommandozentrale stand, aber sie war trotzdem nervös. Sie konnte nichts dagegen tun. Sie waren gestern aus London zurückgekehrt, und heute Abend würden alle zusammenkommen, um sie kennenzulernen und sie im Schoß des Ordens aufzunehmen. Sie strich mit den Händen über die neue schwarze Hose und das Top mit dem V-Ausschnitt. Beides war ein Geschenk von Karis und Tavia. Sobald sie gehört hatten, dass Rafe mit ihr zusammen zurückkommen würde, hatten sie die Hälfte des großen Kleiderschranks mit neuer Kleidung, Schuhen und all den anderen Sachen gefüllt, die Devaney vielleicht brauchen würde, damit sie sich gleich bei ihrer Ankunft wie zu Hause fühlte. Sie hatte nie eine Schwester gehabt, aber Karis schien ganz erpicht darauf zu sein, diese Rolle zu übernehmen. Sogar Jordana hatte ihr großzügig verziehen und Devaney trotz der ersten schrecklichen Begegnung im Museum doch tatsächlich umarmt. Aber in nur wenigen Minuten würde Devaney ihre zukünftigen Teamkollegen und ein paar der älteren Ordensmitglieder im Besprechungsraum der Kommandozentrale kennenlernen. Rafe trat hinter sie und drückte einen Kuss in ihre Halsbeuge. Seine blauen Augen begegneten ihrem Blick im Spiegel. Du siehst wunderschön aus. Und du hast unten bereits einen Raum voller Bewunderer. Gideon schwärmt gegenüber jedem von der tollen Arbeit, die du geleistet hast. Sie lächelte. Ich will nur dich stolz machen. Was tust du bereits? Die Sorge kannst du also von deiner Liste streichen. Sie drehte sich zu ihm um und konnte nicht widerstehen, die Arme um ihn zu legen. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie sehr ich dich liebe? Er grinste und zog sie an seinen festen Körper. Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Aber du könntest mir gerne einen Hinweis geben, wie sehr. Das brauchte er nicht zweimal zu sagen. Sie nahm seinen Mund mit einem leidenschaftlichen Kuss in Besitz und Lust bemächtigte sich ihrer, ihn so nah zu spüren. Als sie sich von ihm löste, stöhnte er und seine Augen glitzerten Bernsteinfarben. Ich glaube, langsam bekomme ich eine Ahnung, meinte er, und seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Und mehrere interessante Ideen gehen mir dabei durch den Kopf. Sie küsste sein kantiges Kinn. Ach ja? Mhm. Bei den besten Ideen nahmen wir beide viel weniger Kleidung an als jetzt. Hört sich bis jetzt faszinierend an. Hinter ihnen räusperte sich jemand an der offenstehenden Tür. Die tiefe Stimme gehörte einem großen Stammesvampir mit goldblondem Haar und Augen, die den gleichen blattgrünen Farbton wie Tavias aufwiesen. Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus und ließ auf den Wangen Grübchen erscheinen. Schlechtes Timing, ha? Wie immer, rummte Rafe. Du musst Devaney sein, sie nickte. Und du, Eric. Ah, mein Ruf eilt mir voraus, sagte er und kam in Rafe's Zimmer, um sie zu begrüßen. Sie rechnete eigentlich mit einem Händedruck, doch stattdessen wurde sie in eine kurze Umarmung gezogen. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen, Devaney. Ich mich auch, Eric. Rafe hat mir so viele nette Dinge über dich erzählt. Natürlich alles Lügen, lachte Rafe. Eric sah Devaney an. Du magst diesen Blödmann wohl wirklich, he? Ich liebe ihn. Einer muss das ja tun. Eric schüttelte den Kopf und griff nach Rafe's Hand, um ihn kurzerhand an sich zu ziehen und ebenfalls fest zu umarmen. Ich habe gehört, was in London vorgefallen ist. Man muss damit aufhören, dich ständig fast umbringen zu lassen. Sonst werde ich mir bald einen neuen besten Freund suchen müssen. Devanys Nervosität legte sich etwas, während sie zuhörte, wie die beiden Männer einander auf den neuesten Stand brachten. Nach einer Weile wandte Eric sich wieder ihr zu. Es haben sich bereits alle im Besprechungsraum versammelt, aber ich wollte mit euch beiden reden, ehe ihr nach unten geht. Vor allem mit dir, Devaney. Sie nickte. Ja, gern. Worum geht's? Ich weiß nicht, ob Rafe's dir bereits erzählt hat, aber ich habe in den letzten paar Monaten eine Spezialeinheit zusammengestellt. Das Tagwandler-Team, sagte sie. Ja, ich habe davon gehört. Gut. Denn ich würde dich gern dabei haben. Natürlich nur, wenn du interessiert bist. Sie war kaum in der Lage, ihre Aufregung zu unterdrücken. Nur... Ich würde ja gerne, Eric, aber... Ich möchte nicht bei einem Team mitmachen, dem Rafe nicht angehört. Hm? Ich hatte schon so ein Gefühl, als würdest du das sagen. Er richtete den Blick auf Rafe. Für dich hätte ich auch eine Stelle, wenn du sie willst. Das Team wird hier in Boston stationiert sein, aber unsere Einsätze können uns überall hinführen, wo unsere speziellen Fähigkeiten gebraucht werden. Klingt interessant, meinte Rafe und legte einen Arm um Devaney. Eric nickte. Wir können uns später, nachdem Devaney unter allen vorgestellt worden ist, ausführlicher unterhalten. Lucan ist gerade mit Gabriel, Gideon und Savannah eingetroffen. Deine Eltern sind auch schon da. Devaney sah Rafe mit großen Augen an. Ich lerne heute Abend deine Eltern kennen? Natürlich. Sie brennen förmlich darauf, seitdem ich ihnen von dir erzählt habe. Oh Gott! Jetzt kehrte ihre Nervosität mit aller Macht zurück. Warte mal kurz, sagte Eric, und ein seltsamer Ausdruck huschte über sein Gesicht. Das heißt, Tess, hat Devaney noch gar nicht gesehen? Rafe schüttelte den Kopf und sein Freund zog eine Augenbraue hoch. Was ist? fragte Devaney, und Sorge kam in ihr hoch, obwohl Rafe innerlich völlig ruhig blieb. Worum geht's? Vor einiger Zeit hatte meine Mutter eine Vision in den Augen einer Seherin, in Miras Augen. Das ist ein Ordensmitglied in Montreal, sagte Devaney, die sich erinnerte, dass Rafe ein paar Namen erwähnt hatte, seitdem sie in Boston angekommen waren. Was hat deine Mutter gesehen? Ich weiß es nicht genau. Es war wohl eine Vision, die mich mit meiner Gefährtin zeigte und unseren Kindern. Devaney sah ihn mit großen Augen an. Davon hast du mir nichts erzählt. Er warf ihr einen lässigen Blick zu. Hab ich nicht? Nein. Der Himmel stehe ihr bei, aber am liebsten hätte sie ihn erdrosselt. Rafe, Wenn ich nun nicht die Frau aus ihrer Vision bin? Wenn du eigentlich mit jemand anders zusammen sein sollst? Was passiert, wenn... Rafe brachte sie mit einem innigen Kuss, bei dem ihr Hören und Sehen verging zum Schweigen. Als er sich wieder von ihr löste, war die Liebe, die sie in seinem Blick sah, unverkennbar. Es gibt keine andere für mich. Vision hin oder her. Was meine Mutter auch immer gesehen haben mag, macht für mich keinen Unterschied. Du bist meine Gefährtin, Devaney. Du bist meine große Liebe. Er drückte einen liebevollen Kuss auf ihre Schläfe. So. Und bist du jetzt bereit, alle kennenzulernen? Sie atmete tief durch und sah ihm in die Augen, die so voller Selbstvertrauen und Zuneigung waren. Okay. Noch bereiter werde ich wohl nie sein. So liebe ich dich, sagte er und schob seine Finger zwischen ihre. Zusammen mit Eric und mit Rafe an der Hand betrat sie den Besprechungsraum. Rafe war ihr Rettungsseil, ihr Anker, als sie sich den erwartungsvollen, freundlichen Blicken seiner Kollegen, Freunde und Familie stellte, die jetzt auch ihre Kollegen, Freunde und Familie waren. Das spürte sie, als sie allen vorgestellt wurde. Alle hießen sie willkommen, angefangen bei Luke und Thorne und seiner wunderschönen, braunhaarigen Gefährtin Gabrielle bis hin zu jedem Mitglied der Bostoner Kommandozentrale. Eric holte seine atemberaubende Gefährtin Kaia, um sie ihr vorzustellen. Dann winkte er zwei hühnenhafte Stammesvampire und eine hübsche Frau heran. Daphne und Rafe, darf ich euch den Rest des Teams vorstellen? Grayson, Jade und Lacklan. Sie unterhielten sich einen Moment lang, aber Daphne konnte den Blick nicht von einer atemberaubenden blonden Frau abwenden, die sie quer durch den Raum musterte. Neben ihr stand ein dunkelhaariger Krieger, der die gleiche selbstbewusste Haltung besaß wie der Stammesvampir, der in Daphnees Leben gestürmt war und es auf den Kopf gestellt hatte. Es war völlig klar, um wen es sich bei dem Paar handelte. Rafe musste wohl ihre Neugier bemerkt haben. Sollen wir hin und sie begrüßen? Ja, sagte sie und meinte es auch so. Ich würde sie sehr gern kennenlernen. Sie entschuldigten sich bei den anderen und gingen dann zu seinen Eltern, um sie zu begrüßen. Rafe hielt weiter ihre Hand und ließ sie auch nicht los, als sie vor dem Paar standen. Mom? Dad? Ich würde euch gern Daphne vorstellen, meine Gefährtin. Hallo, sagte sie und war etwas verlegen, als sich das Schweigen in die Länge zog. Ich bin Dante, sagte sein Vater mit seiner angenehmen, tiefen Stimme. Er reichte ihr seine große Hand, doch plötzlich wurde Daphne von Zuneigung zu diesen Leuten überwältigt, die ihr den Mann gaben, den sie liebte. Sie umarmte Dante und schaute dann Rafe's Mutter Tess an. Hallo, sagte sie und wartete in atemloser Furcht auf deren Reaktion. Ein sanftes Lächeln legte sich auf Tess' freundliches Gesicht. Hallo, Daphne. Ich warte schon sehr lange darauf, dich in unserer Familie willkommen zu heißen. Tess drückte sie fest an sich und ließ sie dabei nicht los, sondern sah sie an und sagte, Es ist so schön, dich endlich kennenzulernen. Sie hörten Erwählte der Nacht von Lara Adrian Ins Deutsche übertragen von Frirosee Akkavan Sanjani Gelesen von Michael Hansonis Amina Ausodan Im coden Im 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 Untertitelung des ZDF, 2020